Hi und herzlich willkommen zu AAA Anime, Animals und Astronauts. Unsere zweite Folge heute mit mir, Snowblind, und dem wundervollen Whisky. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid, genau. Genau, heute geht es um das Thema Conventions, aber wir starten natürlich wie immer mit unserer Tradition, also wie immer, wie beim letzten Mal, ist ja erst die zweite Folge, indem wir uns erstmal so erzählen, was haben wir denn überhaupt gesehen, was wollen wir demnächst so sehen, was sind unsere Anime-Empfehlungen für euch oder Animes, von denen wir euch vielleicht sogar abraten, weil sie Zeitverschwendung sind, was sehr selten der Fall ist, vor allem bei uns Weeps, wir mögen alles. Nicht alles, aber vieles. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Fangen du gerne an. Okay, ihr habt einiges gesehen. Einiges. Dann fange ich mal mit dem an, was ich letztes Mal schon angefangen hatte, und zwar Sword Art Online, Alicization, War of the Underworld. Längeren Titel ging nicht, obwohl geht bestimmt, denn es geht ja noch weiter danach irgendwann. Kriegen sie hin. Ich muss sagen, ich bin jetzt durch und ich bin wirklich zwiespalten, was die Story jetzt letztendlich angeht. Also wirklich, also erstmal War of the Underworld. Underworld ist die virtuelle Welt, in der das diesmal hauptsächlich gespielt hat. Der War, also der Krieg, war recht gestreckt. Fand ich aber ganz cool, weil das viele Facetten davon beleuchtet hat. Viel am Anfang ohne Kirito, hatte ich ja schon gesagt. Das fand ich ein bisschen schwierig, wurde dann aber noch gut. Also er wurde relativ gut wieder in die Story eingebunden später. Und meiner Meinung nach hat er auch tatsächlich endlich mal eine gute Charakterentwicklung durchgemacht. Das war ja immer so das Ding, dass er immer eigentlich der Hashtag-Man-Charakter-Modell-Nummer-Drei irgendwie war. Und jetzt hat er wirklich ein bisschen Charakterentwicklung durchgemacht. Das war ganz cool. Gerade auch später in der realen Welt, wo es dann wieder zurückging, hat er wirklich auch so Sachen gesagt, wie dass er an der Welt zweifelt so ein bisschen, dass er lieber in virtuellen Welten lebt, dass er die Flucht in diese virtuellen Welten sucht und so weiter. Und das waren ja so Gedanken, so was hätte er in der ersten Staffel oder so, das hättest du niemals von diesem Charakter gehört. Das fand ich sehr cool. Schwierig allerdings fand ich, dass zwar, wie gesagt, der Krieg war sehr gestreckt, sehr viel beleuchtet, das war ganz in Ordnung. Aber zum Schluss hin, ich will jetzt auch nicht zu viel davon verraten, aber zum Schluss hin haben sie dann wirklich sehr durchgerusht, finde ich. Also die Auflösung quasi, also wie gesagt, ich will jetzt wirklich nicht zu viel davon verraten, aber die Auflösung quasi in der realen Welt, die stattgefunden hat. Dazu, die war einfach so, ja, ist jetzt hier in der realen Welt, zwei Folgen, zack, Anime vorbei oder so. Also nicht ganz so, aber so ähnlich. Und der Anime hat mich bestohlen. Was? Ja. Der Lübel. Ja. Und zwar, ich hab dir ja gesagt, dass ich richtig gehypt bin, weil im Intro, oh übrigens, das zweite, also das letzte Intro von dieser Staffel, richtig Sahne, richtig gut. Anima von Reona, ich hoffe, sie hat es richtig aufgesprochen, wahrscheinlich nicht. Reol oder Reona? Reona. Reona. Okay. Hoffe ich. Aber das ist auf jeden Fall richtig schön, aber in diesem Intro wird Kirito mit weißen Haaren gezeigt. Und ich hab ja so ein Faible für Charaktere mit weißen Haaren, ne? Ja, ja. Und man hat's ja auch bei Tokyo Ghoul irgendwie gehabt, da gab's ja diesen Übergang, wo Ken dann von schwarz auf weiße Haare gewechselt ist durch seinen Charaktershifter, nenn ich's jetzt mal. Und in etwa so hab ich mir das bei SAO auch erhofft, weil's halt wirklich so in diese Richtung ging. Er war ja eine ganze Zeit lang nicht dabei. Und das hatte ja auch einen Grund, warum er nicht dabei war, ne? Also er war, das kann man sagen, weil es direkt am Anfang von der Staffel ist, er war quasi im Rollstuhl anteilnahmslos und nicht wirklich ansprechbar. Also er war, ne, als wär er komplett weggetreten. Als wär er nicht mehr, als wär seine Seele nicht mehr in seinem Körper, so in der Art. Ähm, genau. Und dann dachte ich, okay, wenn er dann wieder vorkommt, oh geil, dann kommt hier die Transition weiße Haare, bam, 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 ne? Aber nö, Pussekuchen. Die waren nur im Intro, die kamen gar nicht, überhaupt nicht. Was? Was? Du hast dich so drauf gefreut, das war einfach gar nicht. Es sah halt auch so gut aus. Also das muss man ja wirklich mal sagen, es sah gut aus. Aber ich konnt's nur im Intro sehen. Oh, ich hab's Intro oft gesehen, aber okay. Aber why? Aber warum? Wüsste ich auch gerne. Normalerweise sind doch Intros immer foreshadowing, ob was passiert in der Staffel. Ja, ja, im Prinzip schon. Aber das, das war da halt gar nicht. Das war eher so, ich weh, also es kann sein, dass da auch Szenen aus dem Anime drin waren. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber da war es wirklich sehr, ich würde sagen, künstlerisches Intro, wo wirklich Szenen gezeigt wurden, die so ein bisschen tiefere Bedeutung vermitteln sollten, auf das, was passiert natürlich, aber nicht das gezeigt haben, was passiert. Weißt du, warum das so ist? Das haben die gemacht wie bei Rick und Morty. Da gibt's ja so im Opening immer so ein paar Szenen, die in der Staffel vorkommen und die meisten anderen Szenen aus dem Intro aber nicht. Und die uns zu baiten und zu hoffen, so kommt das jetzt vor, das ist ja voll die coole Szene, ich will eine Episode dazu. Und das haben sie hier genauso gemacht, so wir machen jetzt mal voll die coolen Charaktere da rein. Kirito mit weißen Haaren. Dann freut man sich drauf und dann, ne, guck mal in die nächste Staffel, vielleicht ich mach was da. Ja, aber ich muss sagen, am meisten entsetzt war ich vom Ende. Also nicht mal von den weißen Haaren, also auch nochmal, das kam ja auch nochmal am Ende, war ja klar, die kommen nicht mehr. Aber das Ende von dieser Staffel, da muss ich meine Brille kurz absetzen. Werde Zuhörer, Snowball ist gerade entsetzt. Das war so krass, also wirklich, ich saß davor und ich hab wirklich meinen Fernseher angeschrien, das mach ich wirklich sehr selten. Und es war so schrecklich, das kannst du dir nicht reinziehen. Die haben eine so geile Story aufgebaut, auch schon mit der Staffel davor, das war ja auch schon Alicization, ne? Die haben so eine geile Story aufgebaut und haben auch in der realen Welt diese Auflösung, die ich vorhin schon so ein bisschen erwähnt hab, haben die ganz gut angestoßen, ne, mit dem Konflikt, so, weil die Welt war, das kann man ja sagen, also in der Welt waren sogenannte Floodlights, die quasi künstliche Seelen waren, die nicht wussten, dass die Welt, in der sie leben, gar nicht die richtige ist. Und das war so quasi dieser Zwiespalt, ne? Dass die denken, das ist die einzig wahre Welt, aber sie wird halt von außen gesteuert. Und deshalb hat Kirito auch so ein bisschen an der Realität gezweifelt, denn woher soll er wissen, dass seine Welt, also die, aus der er kommt, nicht auch so einlässt, ne? Aber es wurde gar nicht mehr benutzt, gar nicht mehr. Und das, was da in dieser Welt passiert und wie der Kontakt zwischen diesen beiden Welten hergestellt wurde, war richtig geil eingeleitet und dann einfach so, ja, hier sind jetzt noch zwei Folgen und das war's jetzt übrigens auch, ne? Und dann kam noch mal die, wie drück ich das halbwegs spoilerfrei aus? Okay, es kam noch mal eine Rückkehr in diese Welt von Kirito und seinen Komparsen. Und das war der größte Joke, den Sword Art Online je gebracht hat. Ich dachte auch, das ist jetzt einfach ein Troll. Also, dachte ich wirklich, aber es war leider keiner. Und dann, es hätte nicht absurder sein können. Jeder, der es gesehen hat, wird genau wissen, was ich meine. Und dann kommt am Ende noch dieses Kirito will return. Und ich denke mir so, oh Gott, bitte nicht. Also, ich liebe SAO, aber bitte nicht. Das war jetzt echt zu viel. Oh Gottes Willen. Wow, ja, wow. Ich meine, also, SAO hat ja schon einen etwas schweren Stand der Community. Weil es so beliebt ist, das ist ja meistens so, wenn es etwas besonders beliebt ist, dann gibt es auch viele Hater dazu. Und das bei SAO ist das ja wirklich sehr, 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 sehr en vogue. Dass es einfach viele gibt, die im Grundsatz sagen, oh, Trash, Anime, weil, einfach weil, ihr, weil es wahrscheinlich so beliebt ist. Aber, wenn da natürlich noch so, 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 so dicke Knüppel mit reingehen, das, das filtert natürlich, das, also, das geht ja, das geht ja richtig Öl ins Feuer. Ja, das war echt böse, ja. Aber, ich kann auch direkt weitermachen, denn ich habe noch was Gutes, ich habe noch zwei Sachen gesehen. Und zwar, ich glaube, das hast du sogar auch gesehen. Ich bin aber erst jetzt dazu gekommen, und zwar, Shainsaw Man. Oh, gut, Shainsaw Man. Ah, jawohl, genau. Man kennt ihn selber, wo ich dich sahne, ne? Ja, der ist Richtigkeit. Also, für alle, die nicht wissen, worum es geht, ist eigentlich relativ easy beschrieben. Der Hauptcharakter, Denji, schließt einen Pakt mit einem Dämonen, um sozusagen den Tod zu entgehen, kann dadurch selber zum Dämon werden, zum Kettensägen-Dämonen oder beziehungsweise zum Teufel, ne, zum Kettensägen-Teufel. Und, ähm, Kettensägen-Gesicht, genau. Kann sich dann in den quasi verwandeln und damit andere Dämonen schnetzeln, fertig machen und so weiter. Und wird dann quasi aufgrund von Geldnot größtenteils zum Dämonenjäger. Und, naja, es kristallisiert sich dann so ein bisschen heraus, so seine, also so ein bisschen, das ist eigentlich auch falsch gesagt, also seine Hauptmotivationen sind Brüste und vor allem das weibliche Geschlecht in sich. Und Toast, und Toast. Und Toast, ja, genau, mit Marmelade, ne, Marmelade, ja. Genau, klar, das ist es. Ah, nee, nur Marmelade war es bei ihm. Ich finde den Hauptcharakter super sympathisch, weil das so richtig, also, dass so ein bisschen unterdingmäßiges Zeug irgendwie eingearbeitet wird, ist ja durchaus ein, ein, ein Trope in Animes. Aber das haben sie auf die Spitze getrieben, der ist wirklich so, er ist wirklich so, er ist einfach arm. Er ist wirklich, also bitter battle arm. Er hat quasi nichts zu essen und keine Eltern und nichts gefühlt und hat eigentlich nur so ein kleines Teufelchen Pochita. Das Maskottchen in der Serie und alle lieben Pochita. Also, wirklich, jeder liebt dieses kleine Hündchen mit einer Käppensäge als Nase. Und, äh, er hat eigentlich nur das kleine Butz und, äh, dann, ja, äh, kriegt er die Chance eben als Dämonenjäger ein bisschen Geld zu kriegen. Und dann kann er nochmal essen und er hat auch Kontakt zu Frauen. Und er wurde so richtig, da ist der ultimativen Versager da gesteht, aber auch so eine sympathische Art und Weise irgendwie. Man fühlt einfach mit ihm. Und überhaupt, die ganze Anime ist halt voll mit, ähm, Charakteren, die sehr abstrus sind, die sehr, sehr einen an der Waffe haben, aber irgendwie auf eine charmante Art und Weise, ne? Jeden Fall. Was mir halt auch echt gut gefallen ist, dass die Charaktere sehr nahbar waren, einfach aufgrund der Art, äh, wie sie geredet haben. Also, ich muss dazu sagen, ich hab, äh, die deutsche Synchronisation gesehen, die übrigens sehr gut ist. Ähm, wie bitte? Die ist hervorragend. Lothar spricht Potscha. Eine Vichy-Bring-Kollegin spricht das kleine Potscha-Ding. Das ist so cool. Ja, die Stimme ist auch genial, also, ne? Höchsten Respekt. Aber ich finde auch, äh, die Dialoge. Es ist einfach so gut übersetzt, weil sie einfach so sprechen, wie wir sprechen. Wenn die nennen sich untereinander Digi, äh, die sagen Sachen wie, keine Ahnung, Leco Mio oder so. Du denkst dir nur so, ja, Alter, genau so würde ich sprechen, genau so. Ja, das war richtig nahbar einfach, du warst direkt drinnen in der Handlung. Und ich mag auch das Konzept von den Teufeln halt gerne, also, man hat dieses Konzept, dass quasi, ähm, ein Teufel die Welt quasi heimsuchen und, also, eine Dämon, aber auch eben quasi besonders starke Dämonen sind dann eben diese Teufel, die halt immer nach irgendeiner Angst quasi, ähm, benannt sind oder Fähigkeiten haben nach einer Angst. Und die stärker die Angst danach ist, desto stärker ist die Fähigkeit. Zum Beispiel der, der, ich weiß nicht, was ein Spoiler ist, oder aber quasi der, der stärkste Dämon, die halt quasi bisher vorgestellt wurde, war der Waffendämon, weil quasi alle irgendwo Angst vor Waffen haben, in irgendeiner Form, oder auch so eine, so eine, ja, bekanntes Problem ist. Und es fand ich irgendwie ein cooles Konzept und haben sie auch gut umgesetzt, tatsächlich. Finde ich auch, finde ich auch. Und gibt ja auch dann Potenzial für eine zweite Staffel, so wie es jetzt bisher geändert ist. Und viele verschiedene Dämonen und Teufel auch aufkommen können für die ganzen Ängste, die es hier draußen gibt. Mobide, ich liebe Mobidenstab. Und was, was man dazu ja auch noch sagen muss, dass, äh, das ganze Ding ist ja supergeil umgesetzt, ne? Animationstechnisch ganz weit vorne, also, so gute Animationen zuletzt bei Demon Slayer gesehen, also, das ist schon echt, ja, erste, erste Kiste. Triple A ist das, vom Ranking her. Hahahaha, was ist das? Ja, hat mir wirklich Vibes gegeben, wie damals verschiedene Geekyne Kyrgyn oder eben an Demon Slayer, wo einfach der, der Animationsstil wirklich behagend war. Und, ähm, Spaß sagt, ich hatte Demon, äh, Demon Slayer, ich hatte Chainsaw Man nicht auf dem, auf dem Schirm, bis ich tatsächlich, ähm, Mitte, Ende, Ende letzten Jahres auf einer, ähm, ähm, Event von Contra eingeladen war, wo sie auch tatsächlich die erste Episode von, von Chainsaw Man, ähm, vorgestellt haben, weil es war so ein bisschen Aushängeschild und die haben halt ihr Oktoberprogramm angekündigt, die sagten, boah, das ist, das ist unser dicker Kram, so Bluelock und, und, Spikes haben wir die zweite Staffel und, und da eben auch Chainsaw Man und die Chainsaw Man-Folge wurde quasi gezeigt und ich dachte mir sofort, äh, yo, 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 ist brutal, ist blutig, das deutsche Publikum wird es lieben und dann auch so gut umgesetzt und, ähm, ja, das, das wird mega gut ankommen und was soll ich sagen, äh, genau so kam es auch, es ist so ziemlich einer der Hype-Animes der letzten Monate geworden und wird, glaube ich, auf den Conventions dieses Jahr massiv viel gecospielt werden. Also, ich bin schon echt gespannt, ich will auf jeden Fall sehr viele Aki und, äh, und, ähm, Denji-Cosplays sehen. Und alles andere natürlich auch, ne? Pocita! Okay, Pocita wird spannend. Ich hoffe, keiner kommt auf die Idee, seinen Hund zu, äh, ver-cosplayen, aber... So als, 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 als irgendwie cutes Pocita-Cosplay, ja, so gestylte Outfits mit Kettensägen-Nase, schon potzig. Auf dem Jahrhundert tatsächlich, tatsächlich habe ich auch schon, ähm, einige Cosplayer gesehen, auch einen richtig großen Chainsaw-Man, Denji-Cosplayer, der halt als Getsonsägen-Typ quasi unterwegs war. Natürlich riesen Traum mit Leuten, die fotografiert haben, aber zurecht, zurecht. Mega cool, mega cool, ja. Das ist auch in der ersten Folge, wie du gesagt hast, es wurde ja auch schon von der ersten Folge gecatcht, ähm, ich muss sagen, mich hat erst die zweite so richtig gekriegt. Die erste war so auch sympathisch und cool, dass du mit den Charaktern anbandeln konntest, aber das war halt dann noch dieses, okay, die Story checke ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig, aber dann, ab der zweiten Folge, wurde halt einfach klar, ja, okay, in diese Richtung wird's ungefähr gehen und dann war ich auch voll dabei, ne, so Mitte, zweite Folge war ich direkt drin. Aber was man auch stark gemerkt hat, finde ich, ist, der Anime hat ein extrem hohes Pacing, also es wird eins nach dem anderen rausgehauen, da ist keine Chill-Episode, keine Strand-Episode, gar nichts. Einfach bam, 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 eins nach dem anderen. Fand ich aber in der Handlung geil. Weil es ist halt wirklich etwas düster, beziehungsweise, sie nehmen das immer noch mit Joke, ne, also sie sind da sehr witzig unterwegs, aber, ähm, es ist ja trotzdem im Prinzip eigentlich ne, ähm, ne ernste Handlung für die Charaktere dort. Und deshalb finde ich das auch gut, dass da nicht dieses, äh, ach, heite Teil, jetzt machen wir mal hier, jetzt machen wir mal da, sondern es wird einfach, es wird durchgezogen. Und deshalb passt es zum Anime, finde ich. Und vor allen Dingen ist es ein Anime, der mit Konsequenzen um sich geht. Also so ähnlich wie bei Shinki Kino Kyojin, da sind halt einfach, also, okay, ich will jetzt nicht spoilern, aber Dinge haben Konsequenzen. Es ist eine Welt, die nichts verzeiht, ähm, ein, ein falscher Fehler, ein, ein falscher Step und das war's. Und wenn es das war, dann war's das auch. So, so. Und, ähm, es gibt dann viele Animes da draußen, wo halt viel passieren kann, Chris Dress und Schwärzer reingehauen, aber er steht trotzdem noch auf und wacker hält er den, ja, wenn da vorbei ist, ist halt vorbei. Und das ist egal, ob das ein Hauptcharakter ist oder sonst ein Charakter oder sonst was, ich will gar nicht genau sagen, was passiert, aber alles hat dort Konsequenzen. Und das finde ich halt, also, ein bisschen Game of Thrones mäßig, ähm, ich mag sowas. Natürlich tut einem das Herz, wenn man halt mitfühlt mit den Charakteren, die man liebt, aber, ähm, und sie hat ein schweres Schicksal erleiden, aber das macht ein Anime halt unvorhersehbar und wirklich spannend. Ja. Absolut. Ähm, Thema Konsequenzen. Wenn du nichts mehr zu Chainsaw Man hast, würde ich damit nämlich direkt zu meinem nächsten und letzten Anime im Bunde überleiten. Gerne. Und zwar, Platinum End, habe ich aber auch nicht zu Ende gesehen. Hast du den gesehen? Nee, noch nicht, aber war das nicht der, äh, Moment, ich muss gerade überlegen, war von einem sehr bekannten Mangaka oder Anime-Regisseur gewesen, war das nicht von Obata? Ja, Death Note Outdoor, von Obata-san, genau. Exactamente. Man erkennt es auch direkt im Stil, von, allein von der Zeichnung im Anime und auch von der Umsetzung, du erkennst den Stil wieder und, äh, die Handlung am Ende gleicht sich auch ein bisschen. Aber fangen wir erst mal an, für alle, die es nicht kennen, ähm, Platinum End hat einen sehr heftigen Einstieg, also wirklich sehr, sehr heftigen Einstieg. Ähm, der Hauptcharakter, seine, ähm, Eltern sind zuvor gestorben, ähm, und er lebt jetzt in einer Pflegefamilie, hat da mit, äh, Gewalt und so weiter zu kämpfen, also ist da wirklich nicht glücklich, also quasi so, bisschen Harry Potter-Style, nur mit Schläge dazu. So kann man sich das vorstellen. Und, ähm, ja, da das so ziemlich in den ersten Folgen passiert, die Pflegefamilie ist auch in den Tod der Eltern halt mit involviert gewesen. Ähm, das heißt, er hat wirklich, wirklich schwer zu knabbern auf jeden Fall und die, ähm, die Staffel, beziehungsweise die erste Folge beginnt damit, dass der Hauptcharakter auf dem Hochhaus steht und, äh, und springt. Ja, tatsächlich. Krass. Also, Suicide als Einstiegsthema. Ja, also, wie schon gesagt, sehr krasser Einstieg, aber er kommt gar nicht erst unten an. Also er kommt, er schlägt nicht auf, denn er wird von seinem, äh, Schutzengel sozusagen gerettet oder beziehungsweise aufgefangen quasi und wird dann vor die Wahl gestellt. Also, jo, ich hab dich jetzt hier gerettet und ich will dir neuen Lebenswillen geben. Du wirst jetzt die Wahl, nimm meine Pfeile oder meine Flügel. Und das kann man sich so vorstellen, der Engel hat ihm quasi Pfeile oder Flügel angeboten. Mhm. Und es gibt einen, einen roten Pfeil, einen weißen Pfeil und die Flügel. Ähm, mit dem roten Pfeil kann er sich, ähm, Menschen quasi gehörig machen. Also er schießt sie quasi mit dem roten Pfeil ab und die verfallen ihm dann sozusagen. Also sowas wie Amors Pfeil, dass sie alles für ihn tun würden, so in dem Stil. Der weiße Pfeil, finde ich für einen Engel ein bisschen untypisch und krass. Der tötet halt einfach. Mhm. Und... Also wie andere Pfeile auch? Mhm. Also wie andere Pfeile auch? Ja, ja, genau. Aber Instant Pot und, äh, 360 No-Scope quasi. Du musst einfach nur sagen, hier, die Person, bam, weg. Der Cheater quasi. Also du machst einen No-Scope in, 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 in die Ferse und auf einmal dann fällt der auf und sagt, ja, tot halt. Ob er so in die Ferse war. Fies! Und die Flügel halt logischerweise, ne, zum Hin- und Herfliegen und du kannst nur mit den Flügeln auch den Pfeilen ausweichen, denn das ist tatsächlich nötig, denn er ist nicht der Einzige, der diese Fähigkeiten bekommt. Aber dazu kommen wir gleich. Er wurde ja vor die Wahl gestellt. Flügel oder Pfeile. Und der Charakter dann so, ja, gib mir doch einfach beides. Und der Engel so, ja, okay. Das war ja auch so, okay. Vierschlund! Warum denn nicht gleich so? Ja, stimmt. Also, die Option bestand ja offenbar beides. Und, ähm, ja. Es gibt tatsächlich, es gab auch einen Grund, weshalb der Engel das gemacht hat. Denn er hat es nicht nur aus Spaß gemacht, nicht nur um ihn zu retten, sondern es wird quasi gerade, ähm, etwas ausgefochten. Ein, 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 ja, wie soll man sagen, ein Kampf, Duell, keine Ahnung. Also nicht wirklich ein Duell. Mir fehlt gerade das richtige, das richtige Wort Wettbewerb. Ein Wettbewerb. Und zwar, um den Gott einer neuen Welt zu finden. Und da sage ich, das ist so die Parallele von, äh, zu Death Note. Weil, ne, wer wollte noch Gott einer neuen Welt werden, ne? Wir wissen, wer ist bereit? Da ist es aber so, unser Hauptcharakter möchte das eigentlich nicht. Denn er wollte ja eigentlich nur vom Hochhaus springen und sagen, hier, tschau Leute, ich bin da mal weg. Aber jetzt kriegt er halt die, ähm, die Pfeile und die, die Flügel. Und muss dann damit zurechtkommen. So, und dann erfährt er auch erst später, dass es quasi diesen, ähm, diesen Wettbewerb gibt. Und dass er jetzt Teil dieses Wettbewerbs ist. Und er sagt dann auch so, ja, nee, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Ich will doch eigentlich nur, ne, hier weg sein. Nimm mir das mal wieder weg. Das möchte ich gar nicht. Und der Engel so, ja, ich kann dir das mal wieder wegnehmen, du, ne? Aber dann stirbst du halt, ne? Also, es ist quasi win or die, ne? Entweder machst du hier jetzt mit und gewinnst. Oder du stirbst. Oder du machst mit und verlierst und stirbst. Oder du gibst es ab und stirbst. Also, es ist sehr komponent. Gibt nur eine Richtung. Also, ja, es ist sehr konsequent, sehr straight forward. Ich muss sagen, ich finde die, ähm, ich finde das ganz interessant. Weil du, wie gesagt, es sind dann noch andere, ähm, Charaktere, die dann auch diese Fähigkeiten bekommen haben. Also, ebenfalls diese, ähm, Pfeile und Flügel und auch verteilt. Also, manche haben nur die Pfeile, manche nur die Flügel. Hängt so von dem Rang des jeweiligen Engels ab. Gibt, ich glaube, es waren insgesamt 13, die jetzt da um diesen Titel, ähm, gut, um den höchsten Titel, den es so auch gibt, Gott zu werden, äh, konkurrieren. Und einige haben da natürlich richtig Bock drauf. Andere, wie unser Hauptcharakter, eher nicht so. Aber er wird natürlich trotzdem reingezogen, ne, indem er sieht, was die anderen teilweise machen. Dass sie die Pfeile benutzen, um Verbrechen zu begehen, sich, äh, zu beglücken, Vorteile zu verschaffen, ne. Und nimmt quasi auch so ein bisschen die Leitrolle ein, ne, dass er das dann quasi lösen möchte. Gut, ich habe davon jetzt, ähm, fünf, fünf, sechs Folgen gesehen. Finde es sehr spannend, werde es auf jeden Fall weiter sehen. Es gibt, glaube ich, 24 Folgen, sind auf jeden Fall ein paar mehr. Vielleicht dann beim nächsten Mal wahrscheinlich. Also, wenn es weiter so spannend bleibt, dann werde ich es bis zum nächsten Mal durchhaben. Dann kann ich euch nochmal sagen, wie es sich so entwickelt hat. Aber bis, hör. Wo schaust du es gerade? Äh, wo ich das gerade schaue, Crunchyroll. Ah, sehr schön. Ich glaube, das will ich mir auch mal anschauen. Weil, ähm, in der Tat, Obata, guter, guter Zeichenstil und auch gute Storyline. Death Note war nicht umsonst einer der großen Anime-Manga-Titel in so 2006 herum. Und bis dato, also bis heute, ist ja relevant geblieben. Das heißt, da gab es damals eher das Thema Shinigami, also Todesgütter. Und hier ist quasi das Thema Schutzengel, richtig? Ja. Spannend, spannend. Also, wie gesagt, der kann Designs halt wirklich gut. Äh, also Ryuk und Co. waren einfach, ne, waren einfach wirklich krasse Designs. Ähm, ich weiß schon, dass mich damals dieses... Es gab so ein Bild von, von, ähm, Light und Ryuk nebeneinander. So hinter so einer, ich weiß nicht, so einer Polizei... So Mock... Mock... Mockshot? War das, glaube ich? Mockshot? Und das ist einfach so impressive, weil einfach, siehst du so einen clean, hübschen Boy, so Anime-Boy und daneben dieses groteske Monster. Und ich fand das von der Ästhetik her so cool. Und jetzt bin ich doch auf Platinum End echt gespannt, weil ich konnte mir nie so wirklich drunter vorstellen. Der Manga ist schon vor einiger Zeit rausgekommen. Und ich bin eher der Manga-Laser als Anime-Schauer. Ähm, aber ich hab halt keinen Zugang gefunden, weil ich die Story auch nicht kannte. Und ehrlich gesagt, jetzt hast du mir einen Grund gegeben, da mal reinzuschauen. Weil das klingt echt cool. Ja, auf deine Meinung dazu bin ich dann auch sehr gespannt, ne? Aber du würdest den Stil sofort erkennen. Also, hättest du ein Bild von dem Anime gesehen, man hätt gefragt, von wem oder mit welchem Anime ist der ähnlich, hättest du sofort Death Note gesagt. Ja, also ich hab immer halt Flügel gesehen. Also deswegen, da hat sofort getingelt in dem, glaub ich, ersten Manga-Cover ist auch irgendwie ganz viel mit Flügeln und Federn zu sehen. Also okay, jetzt macht es aber für mich Sinn, es geht um Schutzengel. Und die haben wahrscheinlich alle Engelsflügel. Absolut. Und wo wir gerade bei Death Note sind, das können wir auch mal erwähnen. Ich habe, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber wir haben tatsächlich einen Themenwunsch bekommen, dass wir doch auch mal über Death Note reden sollen. Und natürlich gerne mal für die kommenden Folgen aufnehmen. Sehr gerne. Und was ich da noch ergänzen wollte, ihr könnt natürlich unter den YouTube-Videos, da kann man ja Kommentare hinterlassen oder auch gerne hier im Chat, Themenvorschläge machen oder auch generell sagen, wie ihr den Podcast so findet, was ihr so für Vorschläge, was ihr für Themen gerne hättet. Könnt ihr gerne alles reinschreiben, wir lesen das auf jeden Fall alles und sind immer froh über Input von euch. Ja, und über Death Note würde ich auch immer sehr gerne mal reden, weil tatsächlich habe ich damals auch L gecosplayed. Echt? Oh, ich war dann das andere Lager, ich habe Nier gemacht. Oh, ich habe Nier so geliebt. Viele haben ja damals gesagt, so ja, nachdem L Dinge passiert sind und Nier und Mellow und natürlich auch Matt, der für drei Panels nur zu sehen war, aber ein eigenes Veränderung bekommen hat, mehr in Erscheinung getreten sind, dann haben viele irgendwie abgeschaltet oder so. Aber nee, ich fand, es hat komplett frischen Wind reingebracht und nur mal ganz anderer Aspekt und ja, auch wenn ich L geliebt habe und so weiter, fand ich, habe ich Nier und Mellow auch absolut gefeiert daher. Naja, ich habe sie auch mega gefeiert, vor allem Nier halt, na klar, sonst hätte ich ihn auch nicht gekosplayt, weil das war auch cool. In Sahara, I see why. Ja, natürlich, im Sinne der Anklage. Wir hatten gerade ein kleines Audio-Problem, machen jetzt an der Stelle weiter. Also ich glaube, ich habe ungefähr da aufgehört, wo ich gesagt habe, dass ich nur Charaktere Cosplay, die ich auch wirklich selber cool finde und selber deren Meinung vertrete oder sobald man es halt tun kann. Und bei Nier war das tatsächlich auch der Fall, den Charakter fand ich sehr, sehr cool. Und genau, was ich gerade sagen wollte, wo wir abgeschmiert sind, dass es ja super interessant ist, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Denn Nier und Mellow waren tatsächlich nicht geplant am Anfang, sondern wurden dazugenommen, weil, ich glaube, Schonen Jump war es, wo es erst veröffentlicht wurde. Weil die wollten, dass es, ähm, achso, jetzt schreibst du mir und jetzt bin ich voll, Entschuldigung. Wir haben eine gute Folge heute, gute Folge. Wie bei der Deutschen Bahn heute, ein Fehlerjagd, den nächsten. Nein, aber alles gut, genau. Also es war wohl so bei der, ähm, Schonen Jump, dass die wollten, dass er weiterzeichnet. Er aber schon so kurz vorm Ende war und dann gesagt hat er, okay, hm, dann muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Und dann kamen die wohl dazu. Aber dafür hat es dann wiederum doch gut reingepasst. Und sie haben ja auch noch den Bogen geschlagen, ähm, dass L. Nier ja irgendwo mal aufgelesen hat und Mellow und so weiter. Aber gut, das können wir dann ja mal im F-Note-Podcast machen, ne? Ja, sehr gerne. Kommt auf jeden Fall, kommt auf jeden Fall. Genau. So, denn, habe ich nur noch zu sagen, was gucke ich gerade und als nächstes, und zwar Blue Lock. Noch gar nichts von gesehen, aber hast du mir letztes Mal so sehr empfohlen, dass es auf meiner Liste ganz weit nach oben gerutscht ist. Denn Mob Psycho 100 soll ja so ein bisschen Ähnlichkeiten oder zumindest Parallelen zu My Hero haben, also My Hero Academia. Hab ich ja sowieso prädestiniert für. Du magst es mir, haben ja Academia durchaus. Ich hab da auch mal so einen kleinen Podcast gemacht, so, so, gar nicht auffällig auch. Da hab ich mir, ne, so mal so nebenbei so ein bisschen My Hero Podcast aufgenommen, easy. Ich bin da immer so lange dran, ne? Ich bin so froh über diesen Podcast, also den wir jetzt hier haben. Ist so schön einfach im Vergleich. Macht aber genauso viel Spaß. Jetzt kann ich nur beinpflichten. Genau. Und der Letzte im Bunde, habe ich zwar schon angefangen, aber kann ich nur gar nichts zu sagen, und zwar JoJo's Bizarre Adventure. Da hab ich mich lange verbrüht. Oh, okay. Das ist ja eine Riesen-Fangemeinde. Ja, ich versteh's noch nicht. Aber ich glaube, ich hab gehört, man muss, erste Staffel ist auch schwierig, aber danach kommt's. Ich bin gespannt. Also ich bleib auf jeden Fall dran. Aber ich muss sagen, wenn ich das nicht wüsste, dass es nach der ersten Staffel wohl kommt und man dennoch die erste Staffel fühlt, ich wär schon längst raus, ne? Ja. Aber ich lass mich überraschen. Also JoJo hat ja eine sehr, sehr eingefleischte, also wirklich eingefleischte Fangemeinde. Es gibt ja auch eine Trillion Memes von speziell diesem Anime. Und fairerweise, bisher hat mich auch der Zeichenziel noch abgeschreckt. Er ist halt sehr markant und sehr, also die Charakterien sind jetzt nicht so bischonend und hübschmäßig gezeichnet, sondern eher sehr kantig. Aber ich denke mal, es gehört auch dazu. Ich schätze es so ein bisschen, wie gesagt, als Kackboden, der da noch nichts drüber weiß. So ein bisschen Gintama, also einen sehr ironischen Anime. Gintama ist ja basically einfach nur ein reiner Parody-Anime. Und vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung. Aber irgendwann will ich es auch noch geben. Aber ich glaube, das sind ja auch viele. Ist unendlich gefühlt. Ist unendlich. Auch wie James Bond, dass der JoJo quasi auch immer ausgetauscht wird, ne? Ist da Jonathan Joestar, Jolene Joestar und so weiter. Ich kenne die Namen alle noch nicht, weil ich erst der erste Staffel noch drin bin. Aber natürlich schon viel darüber gehört habe. Und man sagt ja auch, das Internet ist anders, wenn du JoJo gesehen hast. Hey, das ist ein boldes Thema. Das ist ja cool. Das macht nochmal eine Ecke spannender. Wie viele Staffeln gibt es jetzt von JoJo? Tausend? Nein, also ich glaube, auf Netflix und aktuell ist es auf Netflix jetzt. Und das hat mich so irritiert, weil Netflix eine ganze Zeit lang nur die, ich glaube, dritte oder vierte Staffel drauf hatte. Also die mit Jolene. Und du wusstest aber nicht, dass das die dritte oder vierte Staffel ist, sondern bei Netflix war es die erste Staffel, weil es halt nur eine war. Und wenn du das nicht weißt, ne? Und das ist quasi eine Introduction. Das ist ja der neue JoJo. Der weißt du ja nicht so. Okay, es gab vorher einen anderen. Das weißt du ja gar nicht, wenn du es nie kennst, nie gesehen hast. Und ich dachte mir, okay, es ist die erste Staffel. Ich dachte mir, was geht hier für eine komische, was geht hier für komisches Zeug, aber ich verstehe es nicht, ne? Und dann haben sie jetzt aber die ersten Staffeln auch endlich drauf und haben die, die ich damals angefangen habe, als dritte oder vierte jetzt einkategorisiert. Und jetzt verstehe ich es auch. Also so langsam, ich verstehe es noch nicht, aber ich verstehe, warum ich es auch nicht verstanden habe. Wow, spannend. Aber du kannst es auf jeden Fall auf Netflix sehen. Okay, aber das ist jetzt auch immer stärker, was Anime angeht. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Also ich muss dir zugeben, dass ich doch sehr viel Animes über Netflix geschaut habe in den letzten Jahren, obwohl es ja nur eingeschränkte Auslandtitel gibt, aber schon durchaus einige. Und durch das Crunchyroll-Abo habe ich es ein bisschen mehr auf Crunchyroll eben gewechselt. Fairerweise tatsächlich, dieses Event hat mich tatsächlich sold, als ich dann als damals wirklich dieses Oktoberprogramm vorgestellt wurde und was es so als für einen tollen Titel jetzt gibt. Und wo ich dachte, okay, das sind echt alles coole Sachen, komm, gönne ich mir mal ein Crunchyroll-Albo und schaue es mir mal an. Und ja, tatsächlich, seitdem komme ich auch nochmal mehr zu einigen Animes, die ich dann endlich mal nachholen konnte. Hatten die da am Ausgang so einen kleinen Verkaufsstand mit den Kärtchen so einmal Crunchyroll-Monat? Das nicht, aber sie haben wirklich, ja, sie haben den Job gut gemacht, sie haben ordentlich, ordentlich, also wenn die so einen Vortrag auf jeder Convention machen würden, dann würden sie auf jeden Fall mehr Abos haben. Auf jeden Fall. Das war, wenn ich bin, ja, Anime-Schauer seit langer Zeit, aber Crunchyroll-Abo habe ich jetzt basically erst seit, ja dann, Oktober, November des letzten Jahres und hab's auch nicht bereut. Kommt an einigen Punkten noch ein bisschen schwerer zu rannten, zurecht mit der Suche und so. Ist ja doch ein bisschen anders als jetzt irgendwie Netflix oder Amazon Prime oder so zum Beispiel. Aber, ähm, ja. Man muss immer noch so ein bisschen wissen, worauf man Bock hat. Ja. Aber, man wird, finde ich, Crunchyroll hat ja gefühlt alle Rechte, also nicht alle, aber sehr, sehr viele. Ich würde halt gerne bei Food Wars weiterschauen, aber da sind leider die Staffeln so ein bisschen weird verteilt. Manche Synchros gibt es, manche nicht und so. Und ich hab halt schon ein paar Staffeln Food Wars geschaut und würdest du, glaube ich, die vierte oder fünfte weitergucken wollen. Und da war leider irgendwie nicht alles da, was ich, ähm, was ich schauen wollte. Daher habe ich, da habe ich ein bisschen nur gestolpert. Zum Beispiel auch noch sehr gerne im japanischen O-Ton schaue, damit deutsche oder eigentlich Untertiteln. Ähm. Ja, ich werde dir sonst mal ausladen. Ich hab die, ich hab die da. Oh, das ist gut, das ist gut. Und den Food Wars liebe ich auch total. Ich weiß nicht, ob ich da mal kurz reden soll, weil das eine, aber das ist ein Anime-Titel. Gerne, ich habe jetzt so viel geredet, du kannst gerne mal erzählen, was du so gesehen hast. Das muss ja nicht in der letzten Woche gewesen sein, ne? Okay, dann gebe ich mal zwei, zwei Anime-Titel bei. Einen, den ich vor kurzem gesittenen geschaut habe und einer, der, ähm, ja, ähm, ein Titel dann eben Food Wars als anderen Titel, obwohl ich die ersten nämlich drei Staffeln schon vor einer Weile geschaut habe. Ähm, ich fange aber an mit Yudocamp. Ähm, habe ich, glaube ich, jetzt noch nicht drüber gesprochen, zumindest nicht in dem Segment, oder? Ne, ich glaube nicht. Gut. Wunderbar, denn Yudocamp, zumindest die ersten Staffel, ist, äh, ein Anime, den ich jetzt vor wenigen Wochen, äh, zusammen mit Emma halt geschaut habe. Und, ähm, basically, also, ein Camping-Anime. Punkt. Es ist ein Anime, in dem geht es ums Campen. Okay. Deswegen Yudocamp, also Late-Back-Camp, ist quasi die Übersetzung. Ähm, aber er ist ein unfassbar atmosphärischer Anime. Beginnt mit der Musik, die sehr chill ist. Es geht quasi darum, dass ein, ein Mädchen quasi, ähm, ein, ein Schulclub, was soll es auch noch sein, ein Schulclub zum Thema Camping beitreten möchte. Und da gibt es ja einmal so, so drei Mädels, die quasi, ähm, so, so Campen lernen. Und eigentlich ist sie eine totale Pro-Camperin und probiert ganz viel aus und fährt irgendwie mit ihrem Fahrrad oder, oder Moped zu irgendwelchen entlegenen Stationen, wo man den Fuji sehen kann und campt dann da halt dort meistens alleine, manchmal eben mit den anderen Mädels zusammen. Und es ist wirklich ein, ähm, ja, so ein bisschen State of Life, ähm, bisschen City, aber vor allen Dingen unfassbar atmosphärisch und chill. Das liegt vor allem an der Musik, aber eben auch an der Szenerie, die gezeigt wird. Und, ähm, wenn das eben Fokus gelegt wird auf, äh, ja, ähm, was für Camping-Intensiven nutzt man so, was, 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 ähm, es geht ums Essen natürlich. Es wird immer sehr ausführlich gezeigt, wie irgendwie Sachen zubereitet werden an einer, ähm, quasi an einem kalten Novemberabend. Auch spannend. Das Ganze spielt im Winter. Normalerweise würde ich ja sagen, wann geht man campen? Frühling, Sommer, vielleicht Herbst. Es spielt im japanischen Winter und somit wird das Ganze aber noch mehr komfy, weil, naja, die ganzen Charaktere sind eingemummelt in, in ganz komfy Jacken, Taschen, Schals und so weiter, äh, und machen sich dann Feuer, um aufzuwärmen. Es ist, also wenn ihr, wenn ihr ein Kuschel-Anime haben wollt, dann ist Jurocamp einfach, äh, das Nonplusultra dafür. Ähm, es ist wirklich atmosphärisch und schön. Es ist ein kleiner Spaßfakt, ähm, tatsächlich das Ending von Jurocamp wurde von Eri Sasaki, äh, performt. Und, und, ähm, aufgenommen. Die war vor allen Dingen ja auf der Dukumi. Und auch gerade, dass das Ending irgendwie so, so total beliebt war mit Millionen von Aufrufen. Und Eri wurde damals eine, eine, ähm, Stimme nachgesagt, die so im, die eine, eine Healing Voice quasi ist. Also eine Stimmlage, die ein angeblich heilendes Spektrum irgendwie mit drin ist. Und, ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, äh, aber es ist auf jeden Fall ein Song, den man wirklich auf Repeat laufen lassen kann. Und es wird einem echt wohlig ums Herz, weil es einfach sanft ist, comfy und unheimlich angenehm. Also, da Jurocamp auch für die, die es etwas ruhiger auch mögen oder einfach einen cuten Girls-Sides-of-Life-Anime enjoyen würden. Ja, äh, Riesen-Empfehlung. Das klingt auch richtig wie so ein Layback-Anime. Würde mir, also allein vom Erzählen habe ich schon so ein bisschen Final Fantasy 15 Vibes. Das habe ich auch richtig gefühlt mit dieser, äh, diesem Roadtrip quasi, den die da gemacht haben. Die haben ja da auch viel gecampt und so. Nicht so extrem wie bei Jurocamp dann wahrscheinlich. Aber, also, vom Feeling her kann ich mir das echt gut vorstellen. Ich glaube, da würde ich echt gerne mal reinschauen. Ähm, weißt du, ob es den schon als DUB gibt? Als DUB? Ich glaube schon. Also, der ist schon was älter? Also, was älter? Mhm. 2016, 2017, glaube ich. Ähm. Gerade bei so einem Layback-Anime ist das natürlich cool, wenn du da nicht noch Untertitel lesen musst. Ja, definitiv, definitiv. Ähm, gibt auch noch lustige Tipps zum Campen zwischendrin und so. Also, schon, man kann auch was wirklich mal lernen, also, für jemanden, der Camping als Hobby entdecken möchte, ist der Anime auch ein perfekter Einstieg. Ähm, fairerweise, ich bin jetzt nicht so der Camper, obwohl ich mit Sicherheit noch dieses Jahr einmal mal campen fahren möchte. Aber, ähm, also, der Anime macht auf jeden Fall Lust drauf. Also, wirklich Lust drauf. Da machen wir dann unseren ersten Abenteuer-Stream, wenn du mal campen warst. Aber wenn, äh, und wenn es dann quasi, stimmt, stimmt, das Abenteuer, oh. Also, Astronauts für dich denn schon, ne? Ja. Ah, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein Abenteuer, denn, also, fairerweise, ich hab zwei linke Hände und bin total unbeholfen und bin ja auch sonst im, im, ich sag mal, im Handwerk total unbegabt. Also, wenn ich ein Zelt aufbaue, dann brennt das nachher wahrscheinlich. Ähm, und wenn ich da was versuche zu kochen, dann brennt nicht das Feuer, sondern der Kochtopf. Du musst das dann nur als Lagerfeuer verkaufen, ne? Dann geht das. Und wo übernachten wir dann, äh, Abenteuer, Astronauts, äh, neben dem brennenden Zelt? Keine Erinnerung, Zelt? Weiß nicht, wovon ihr redet. Das hat doch, das war so ein billig Zelt. 200 Euro, aaaaaaah, Autop, ups. Nee, aber Juru Camp, eine fette Empfehlung. Äh, und als, als Kontrast dazu, ähm, Food Wars, wobei nicht, soweit kontrastig ist es gar nicht. Food Wars ist, äh, wie der Name sagt, ähm, ein schonend Anime, in dem es ums Essen geht. Äh, es geht quasi um den ewigen Krieg der Köche, um unsagbar leckere Speisen. Es geht um, okay, wenn ich jetzt, nein, ich, äh, ich will den Anime nicht drauf unterbrechen. Ich könnte ihn unterbrechen auf Essen, Titten und, äh, Kämpfe. Aber, das würde dem Anime nicht gerecht. Ähm, im Food Wars geht es ums Essen, es geht um Soma, der quasi als, äh, ja, quasi Sohn eines, eines Star-Kochs, ähm, sehr humble und, äh, bescheiden quasi, der früh schon Essen zubereiten gelernt hat im, im Restaurant seines Vaters. Und dann quasi auf eine begnadete Koch-Akademie gehen will, die in, äh, ja, typisch japanische Manier natürlich, äh, ja, sehr high up high ist. Und wo es um, um Wettbewerbe, ums Kochen geht. Also man duelliert sich quasi übers Kochen. Was sollte uns auch noch sein. Aber, äh, das klingt jetzt erst mal total albern und so weiter. Aber der Anime ist nicht umsonst brachial beliebt. Ähm, denn erstens, ihr werdet so geiles Essen dort sehen. Und es ist so gut dargestellt. Es ist so gut, dass einem die Kleider vom Leibe fliegen. Das sollte man auch sagen. Ja, ja. Also die Edgy-Leute werden auch auf ihren, äh, auf ihren, äh, Spaß kommen. Denn, also, also, als, als Standard-Comedic-Relief ist halt, ähm, dass, wenn halt ein, ein Juror oder irgendjemand das Essen von der Soma oder anderen, äh, begnadeten Jungköchen gibt, quasi ist dort jeder gefühlt als Star-Koch, ähm, äh, äh, wenn die es dann einmal probieren, ist es einfach so gut, dass ihnen orgasmisch die Kleider vom Leibe fliegen. Und, ähm, aber ich muss sagen, ähm, ich find's ultra witzig. Also, ähm, und oftmals ist es ja so ein bisschen so, 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 Edgy-Comedy, kann schon mal sehr cringy sein. Aber ich muss sagen, in, in Food Wars ist es echt lustig umgesetzt. Und, ähm, es ist doch vielleicht ein bisschen komisch, wenn, ich weiß nicht, die Mama gerade reinkommt, wenn du so am Schauen bist und auf einmal hoffenweise nackte Frauen da auf dem Bildschirm sind und so. Was guckst du da? Ich guck dir an, die müssen wir uns essen. Wirklich? Ich hab was gekocht, eine leckere Rinderroulade. Ehrlich? Warum sind die nackt? Ja, die war halt echt gut. War eine sehr leckere Rinderroulade. Also, man lernt viel was kochen. Nichtsackt. Genau, genau. Dann wär's ja nicht, wär's ja nicht gut gelungen. Ähm, super, super hat die Charakterdesign. Es gibt irgendwie den, die, weiß ich, äh, ein, ein italienisches Bruderpaar, was quasi, ähm, eigenes, äh, eigenes Team mit einbringt. Es gibt dann irgendwie das Mädel, das kocht eigentlich nur Fleisch, aber kann Fleisch so gut zubereiten, dass es hier einfach, äh, insane ist. Da hab ich's natürlich gelernt, dass es, äh, verschiedene Qualitätsstufen von Fleisch gibt, ähm, irgendwie, ein 1a ist so, dass das Allerbeste überhaupt, ähm, was irgendwie quasi Wagyu, äh, mit von gekneteten Rindern entspricht. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, man lernt was. Ähm, die Battles sind auch tatsächlich, äh, sehr unterhaltsam und auch irgendwie, ähm, ja, ähm, das Kompetitive ist lustig umgesetzt. Ähm, ich weiß nicht so richtig, in welche Richtung der Anime wirklich verlaufen wird, denn es geht viel darum, dass halt eben die in dieser Schule ankommen und dann gibt's Battles in den Schulen. Auch diese Battles, diese Duelle haben Konsequenzen. Tatsächlich kannst du von der Schule fliegen, wenn du halt irgendwie verlierst oder, ähm, du musst halt irgendwie was abgeben. Es wird zum Beispiel um Messer, ähm, duelliert. Und aber dann zum Beispiel hängt es quasi an, an dem speziellen Messer, was seit Generationen von Generationen übergeben wurde, mit dem schon Köche vor 100 Jahren gekocht haben. Hängt ganz viel, da muss das irgendwie abgegeben werden. Also, die Steaks sind schon da. Und es ist ein Anime, der durchaus unterhält und vor allen Dingen hat richtig unfassbar gute Musik. Die Openings und Endings sind absolut am reinhauen. Ähm, wenn ihr euch mal ein bisschen neugierig machen wollt auf, auf den, auf den Anime, zieht euch die Animes rein. Ähm, Spaßfakt, einer der Opening-Creator, ich glaube, vom fünften Opening, ähm, kommt dieses Jahr auch zu Dokomi. Ähm, er hat das Opening Gendis gemacht, äh, zu Food Wars. Auch ein richtiger Banger. Ähm, mein persönlicher Favorit ist aber tatsächlich das allererste Ending. Spice von, ähm, Koran Koran, glaube ich, hieß sie. Äh, super chilliges Lied, äh, was ich im, im Repeat schon habe laufen lassen. Also, ich bin auch einfach ein absoluter Fan und Sucker für, für, für Anime-Openings und Endings. Gute japanische Musik. Lieb ich einfach über alles. Und, ähm, ja, Food Wars hat tonnenweise davon. Ich höre den Hype raus. Ja, ja. Ich höre den Hype. Ähm, wir wurden gerade im Chat gefragt, ob wir sowas schon mal gegessen haben von dem, was in Food Wars so gekocht wurde. Ähm, ja und nein. Also, das finde ich, hat mich immer so ein bisschen gestört, denn ich hätte mir wirklich ein Kochbuch gewünscht von Food Wars. Es gibt keins. Es gibt viele Nachmache auf Amazon, die das so als Cover benutzen. Aber es gibt kein richtiges Food Wars Kochbuch. Leider zumindest ist mir keins bekannt. Im Manga sollen wohl ein, zwei Rezepte abgedruckt sein. Ich finde aber auch, das ist so ein bisschen auch das Problem. Das wurde zum Schluss hin, also jetzt so die aktuellen Staffeln, wurden die Gerichte auch unlogischer, sage ich jetzt mal. Also wirklich nicht mehr nachvollziehbar für normale Personen und auch nicht mehr nachkochbar. Am Anfang ging es ja noch, da hast du wirklich coole Tipps gekriegt. Und auch das, was du vorhin erwähnt hast mit dem Fleisch, also das meinte ich jetzt ja und nein. Also gekocht daraus habe ich noch nichts. Ein paar Tipps davon habe ich wahrgenommen. Aber ich habe auch mal dieses Wagyu gegessen. Und zwar tatsächlich diese höchste Stufe, A5 Wagyu, erste Sahne, also wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht zu anderen Fleisch. Sau teuer leider, deshalb, man kann es halt immer essen, aber es stimmt halt auch, was sie da sagen. Und wenn du denn, du dir zergeht, das zerläuft dir quasi auf der Zunge und du hast genau diese Szenen aus Food Wars im Kopf. Und innerlich fliegt dir die Kleider, fliegen dir die Kleider weg. Wo hast du Wagyu gegessen? Hier in Hamburg, im Nicky Nine-Fazir, das was sagt. Ich komme ja hier aus dem Norden. Und das ist von vier Jahreszeiten ein Restaurant. Wir haben da irgendwie zwei, drei drin. Und eins ist dieses japanische. Das ist auch eins der besten japanischen Restaurants in Deutschland, as far as I know. War auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und da gab es halt die Option, dass man bei dem Gängemenü auch A5 Wagyu dazu bekommt. Sehr geil. Die haben das so ganz dünn geschnitten gehabt. Du hast so einen Lavastein bekommen, auf dem du das dann selber machen konntest, wie viel du es erwarten wolltest. So ein schönes Maldon-Sites dazu. Und noch so eine, ja nicht Marinade, so eine Art Soße, wo du es rein tunken konntest. Aber ganz ehrlich, musstest du gar nicht. Also die haben auch gesagt, die gibst du dazu, weil viele essen das gerne damit. Aber wir empfehlen auch wirklich, einmal kurz anbraten, wirklich nur so ein bisschen. Maldon-Sites drauf und Gibi. Und genau das war auch der Way to go. Absolut. Stell dir mal vor, da kriegt einer Wagyu und fängt an zu panieren. Die Marinade, der noch ein bisschen in die Juja so. Bisschen, bisschen Ketchup aufs Wagyu. Der Koch läuft an vor Weißglut und kriegt Schaum vorm Mund. Ich finde, da muss auch einer kommen und dir die Fleischplatte auch wieder wegnehmen und sagen, hier, nee, sorry. Also, wir haben hier jetzt irgendwie noch so ein Teilstück vom Jungbohlen, das kannst du ja drauf ballern. Genau, da gibt es die Fleischplatte einfach als Backschicht oben drauf am Koch, weil er sagt, raus! Würde ich fühlen, ja. Hier, dein Hübschen. Ich habe tatsächlich Wagyu einmal in Osaka gegessen und zwar auf dem, es gibt diesen Osaka Food Market, Donburi war das, glaube ich. Und da konnte man so dann auch so kleine Probierportionen essen und da habe ich dann Wagyu einmal, ja, bekommen. Und, ja, kannst du bestätigen, es ist schon was Besonderes. Also, ultra lecker, aber ja, auch ultra teuer. Deswegen, also Probierportionen, okay. Jetzt mal so im Restaurant. Ich glaube, das liegt immer im NG. Da gibt es für dich noch eine Empfehlung, weil du kommst ja da aus der Gegend, das Aoun, da war ich auch mal, ist ja da in Düsseldorf. Da gibt es auch Wagyu, aber auch sehr viel Verschiedenes. Da hast du tatsächlich auch die Möglichkeit, so eine Platte zu bekommen, die hatte ich auch mal genommen. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein, wo du von Japan redest. Da war ich leider noch nicht und das ist jetzt so meine beste Erfahrung, die dem gleich kommt. Da kriegst du so eine Platte, wo dann wirklich auch die Qualitätsstufen und verschiedene Stücke von dem Wagyu dann drauf sind, wo du dich dann so durchprobieren kannst und so, ne, unten ist dann so das Normale, so A1 und dann hast du irgendwas noch von A3 oder A4 und ganz oben hast du ein A5 Stück halt so das, der Top, das Besondere. Schmeckst auch so ein bisschen den Unterschied, ne, also von mindestens zum obersten, zum obersten, das schmeckst du. Mittendrin, ja, wenn du richtig Feinschmecker bist, goldene Zunge hast oder so, dann vielleicht, aber sonst, ne. So ein Feinschmecker bin ich nicht, aber es ist schon trotzdem so ein richtig gutes, erstens schon ein Erlebnis, muss ich sagen. Aber gönnt man sich halt vielleicht ein paar Mal im Leben und nicht mehr. Also das ist halt nicht etwas, was man alltäglich tut. Und so würde ich es auch tatsächlich so ein Essen auch einfach wertschätzen. Wobei sollte man eigentlich mit allem Essen machen, dass man es ordentlich wertschätzt. Ich schon. Hast du denn schon mal was nachgekocht aus Figur? Nein, ich bin auch total unfähig im Kochen. Das werde ich aber gerne mal einmal aufdrücken, weil die kann sehr gut kochen. Ich wiederum, also ich würde wahrscheinlich schon Spaghetti im Toch anbraten oder, 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 weiß nicht. Also I don't know, ich bin wirklich unfähig. Also, Chick-Nuggies, ja, das kriege ich im Backofen vielleicht hin. Aber ein Food Wars Essen. Aber dann auch die Pferdigen aus der TK, nicht irgendwie noch Hähnchen selber panieren, ne? Die guten Dino-Nuggies natürlich. Ah ja, schön, schön. Dino-Nuggies mit Nudeln und Ketchup. Und der Koch rastet aus. Das kannst du denn in die Soße ballern. Ich darf beim Niki-Nein-Beschalt, dass sie dir ein bisschen rüberschicken, ne? Fairerweise, das duhst du oft nicht ganz so weit weg. Das heißt, ja, wenn ich japanisches, authentisches Essen haben will, ist es, ja, erreichbar. Und das ist auch, das weiß ich sehr zu schätzen. Bist du an der absoluten Quelle, ne? Ich bin auch so froh, dass jetzt bei uns endlich das zweite Takumi jetzt hier, glaube ich, aufgemacht hat. Oh, echt gut. Das erste, ich glaube, es ist auch schon ein bisschen länger auf, ne? Aber noch nicht so lange. Und das erste, in dem ich war, von dem war ich ein bisschen enttäuscht, weil das sehr, ja, sagen wir mal, einrichtungstechnisch ist das jetzt nicht ganz glücklich, der Laden. Aber der zweite, der jetzt hier aufgemacht hat, also für jeder, der hier aus der Gegend kommt, Sternschanze, der. Richtig, richtig gut. Also der ist auf Düsseldorf-Niveau und, also wirklich genial. Wahnsinn, Wahnsinn. Wo wir gerade richtig geil im Essen sind. Was guckst du denn noch so als nächstes? Und danach können wir mit dem Essen den Bogen schlagen zur Convention. Nice, gute Idee. Genau, was gucke ich als nächstes? Ich glaube, ich werde tatsächlich mit Platinum End mal probieren. Sehr schön. Nachdem ich Bluelock letztens fertig geschaut habe und so, und dass ich auch letzte Woche echt gar nicht zum Anime-Schauen gekommen bin. Denn, ja, es war ja ein Japan-Tag, das musst du vorbereitet werden. Und überhaupt, Dokumi kickt einfach gerade mega total. Deswegen komme ich kaum zum Anime-Schauen. Aber wenn Platinum End, glaube ich, wird das Nächste sein, was ich gucke. Vielleicht können wir sogar in der nächsten Podcast-Folge gemeinsam ein bisschen drüber Fanboyen und sagen. War geil oder was war das denn? Würde ich auf jeden Fall fühlen. Also ich werde auch versuchen, das bis zum nächsten Mal durchzusehen. Es reicht ja, wenn du es angefangen hast. Wir gucken dann einfach. Und dann müssen wir eh mal schauen, worum die nächste Folge geht. Vielleicht können wir direkt den Wunsch Death Note zu besprechen auch mit aufnehmen. Weil, das wird ja passen, ne? Spice with the butter. Und, ja, überlegen wir mal. Können wir mal machen. Ja. Okay. Schlagen den Bogen, würde ich sagen, ne? Den Bogen überlasse ich jetzt aber an dir. Genau. Wir waren gerade bei gutem Japanischen Essen. Da, ja, hast du schon das Stichwort genannt. Düsseldorf. Also ohne Flachs. Wenn ihr gutes japanisches, authentisches gutes japanisches Essen haben wollt, dann werdet ihr nirgendwo in Europa und auch nirgendwo in Deutschland so eine krasse Auswahl finden, an so gute Qualität wie eben in Düsseldorf. Wo ihr für, ja, alle möglichen Preistassen richtig gut japanisch essen gehen könnt. Ob Ramen, ob Tonkatsu, ob Okonomia. Ob Sushi, also ganze Palette und Bandbreite findet ihr dort. Und, warum ist das so? Weil in Düsseldorf halt die größte japanische Gemeinschaft von Deutschland eben zu Hause ist. Schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten sogar. Das ist da wirklich quasi gewachsen. Und deswegen gibt es unter anderem auch in Düsseldorf den Japantag, der, wo wir den Podcast aufnehmen, gestern gewesen ist, am 13. Mai 2023. Und, ja, ist das größte japanische Volksfest außerhalb Japans. Gut 650.000 Leute waren dieses Jahr dort. Und ist zwar keine klassische Convention, aber definitiv trotzdem noteworthy. Einfach weil es so ein Happening ist für die Region, für Düsseldorf. Und es ist definitiv auch wert, das mal sich anzuschauen, wenn man mit Menschenmassen umgehen kann. Oh ja. Normalerweise, das muss man abkönnen, denn Japantag ist wirklich voll, 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 voll. Ja, von, auch das ist ein kleiner Schlag. Was unsere beiden Hintergründe angeht, warum wir vor allem zum Thema Conventions echt ein ganzes Menge sagen können. Ich bin selber Orga einer kleinen Convention, auch in Düsseldorf. Und, ja, heißt Dokumi oder so, kommen ein paar Leute hin. Ja, das ist eine Rund-Convention, ne? Ja, ist ein bisschen, ist putzig. Kann man machen, ist aber ganz klein und wuselig. Aber, wie gesagt, darüber habe ich natürlich einige Einblicke in die Convention-Szene schon seit vielen Jahren. Sowohl als Besucher, denn ich gehe seit 2004 auf Conventions, jährlich, regelmäßig, sowohl national als auch international. Und, wie gesagt, organisiere selber. Habe dadurch einiges an Background. Und auch auf dem Japantag haben wir auch einiges organisiert, nämlich unter anderem den Manga-Zeichen-Wettbewerb, den offiziellen für den Japantag, zusammen mit dem Takagi Bookstore. Und dazu erzähle ich gleich ein bisschen mehr. Aber dann erzähl doch du ein bisschen was zu deinem Convention-Hintergrund. Mein Convention-Hintergrund, ja, okay. Der ist ja eher so ein bisschen mit meinem Cosplay-Hintergrund verknüpft. Ich habe ungefähr 2015, 2016, ich glaube eher 2016, mit Cosplay angefangen. Davor aber schon Anime-Begeistert und so weiter. Habe dann aber nie wirklich ein Cosplay tatsächlich selber mal umgesetzt, weil, ja, witzigerweise vorhin von SAO geredet, das erste Cosplay, das ich machen wollte, war Kirito. Aber ich wollte ihn halt wirklich gut machen, weil ich habe den Charakter damals richtig geliebt. Also richtig gefühlt habe ich ihn. Aber ich wollte halt nicht diese Standard-Stoff-Cosplays irgendwie da kaufen, die man an jeder Ecke irgendwie sieht. So, ich dachte, okay, der trägt hier sein Leder-Outfit und wenn ich das mache, dann will ich das auch aus Leder haben. Ich will das so haben, wie er das haben würde, wenn er echt wäre. Und das war halt, ich habe die Ansprüche so hoch gesetzt, so verdammt hoch, dass ich sie als Cosplay-Newie gar nicht erreichen konnte. Das heißt, ich habe es auch nie gemacht. Also ich habe Kirito letztendlich gemacht und auch richtig geil, auch mit Leder und alles. Richtig schön. Frieden damit. Slow in Leder, nice. Oh ja. Leicht nah, nee, den ziehe ich nicht auf der Duke mir an. Da müsste ich erst die Schwerter wieder reparieren. Aber gut, das ist dann wirklich so, das kannst du denn als eher erfahrenerer Cosplayer machen, würde ich jetzt mal sagen. Es war auf jeden Fall kein Projekt für einen Newbie. Aber dann habe ich irgendwann Noragami geguckt, da können wir auch mal drüber reden eigentlich. Oh ja. Nicht jetzt unbedingt, aber wir können mal drüber reden, weil da eskaliere ich, wenn ich darüber rede. Aber richtig. Und da habe ich halt Yato gesehen und dachte mir nur so, das ist er. Das ist er, Charakter. Das ist er. Und dann dachte ich mir, okay, das Cosplay, das ist ein Jogginganzug, easy papisi, habe ich mir den mal eben schön gemacht. Beziehungsweise auch viel, da konntest du auch viel kaufen. Ich hatte so ein unverschämtes Glück, dass ich einen Jogginganzug gefunden habe, der fast genauso aussah, wie der, den er trägt. Da musst du nur ein bisschen was dran verändern, ein bisschen die Krone drüber machen, übers Anhand-Mike-Logo. Aber ansonsten gab es den 1 zu 1. Und das heißt, das Cosplay war für mich easy to go. Und dann, okay, jetzt hast du keine Ausreden mehr, jetzt hast du es gemacht. Und dann natürlich auch verstärkt angefangen, auf Conventions zu gehen. Ich war davor natürlich auch schon mal auf einer Dokumente, dieser kleinen Rand-Convention, die wir vorhin erwähnt hatten. Aber dann natürlich full on. Alle Conventions, die irgendwie erreichbar waren für mich, habe ich wahrgenommen. Also von wirklich kleinen Conventions, wie die Shizu, das war ja irgendwie dieses, was hier in dieser Schule da stattgefunden hat, oder das Bürgerzentrum war das, glaube ich. War auch ganz schniekel, bis hin zu großen Conventions, wie jetzt Animagic, Dopamine, Conogy. Obwohl, nee, Dopamine haben wir. Ist ja gar nicht so. Also genau, dadurch habe ich natürlich auch viel Erfahrung. War bei einigen Conventions, beispielsweise Epicon, die es jetzt, glaube ich, traurigerweise gar nicht mehr gibt, war ich dann auch als Ehrengast eingeladen, als Cosplay-Aussteller sozusagen. Das war auch nochmal eine sehr, sehr coole Erfahrung. Jetzt nicht nur bei der Epicon, sondern generell ist das eine coole Erfahrung, wenn man da mal so das hinter den Kulissen auch sieht, wenn man jetzt nicht irgendwie im Organisationsteam oder so weiter und so weiter ist. Und ja, deshalb bringe ich natürlich auch einiges an Wissen über Conventions mit. Von der anderen Seite, sage ich jetzt mal. Genau, also das heißt, wir sind beide super, super Con erfahren. Schon fast Veteranen, könnte man eigentlich sagen. Gott, dafür bin ich alt, wenn ich das sage. Aber wir haben eigentlich eine Erfahrung mitzubringen. Und ja, meine erste Convention jemals war, dass ich die Magic 2004, damals noch in Koblenz, die ganz alten Dick unter euch, werden sich vielleicht noch erinnern. Oh, ja, ja. Aber in, oh, wo war sie? Von Mannheim in Bonn, ne? Ja. Ja, in Bonn, damals noch von, wo ich für Ubisoft noch gearbeitet habe. Da habe ich es irgendwie geschafft, dass sie mich da hinschicken. Das war geil. Ah, nice. Weil da war ich dann auch so schön mit hier, ähm, Presse-Ticket oder irgendwie sowas hatte ich, War geil. Ja, definitiv, definitiv. Und, äh, wir sind seitdem wirklich ehrlich gegangen. Ähm, 2009 haben wir dann quasi die Dokomi, oder 2008 haben wir die Dokomi gegründet. Eigentlich auch als Gedanke so, hey, ähm, jedes Woche dann treffen sich so 50, 100, 150 Cosplayer in Düsseldorf und wäre schön, wenn die auch mal eine Con hätten, um halt irgendwie, irgendwo zusammenkommen zu können, ein Dach über dem Kopf zu haben, denn, damals zumindest, war es so, dass halt Leute sich da getroffen haben, aber eigentlich nicht so richtig einen Ort hätten, wo sie hingehen konnten. Klar, ja, paar Meile abgrasen, aber wir waren ja auch schon früher ein Studenten, also mal irgendwie das Essen gehen, irgendwie Waggi oder so, das ist halt nicht drin. Und dann ist man halt vielleicht im Nordpark gelandet, aber, ja, wenn es dann regnet, ist es halt auch kacke. so, aber das, ja, war so eine der ersten, ähm, eine Grundmoderation, die Dokum überhaupt zu machen und auch vor allem auch zurückzugeben, denn, ähm, ich habe halt über die Con-Szene halt unheimlich viele Freunde kennengelernt, habe mich sozialisiert und wirklich, wirklich viele tolle Erfahrungen machen dürfen und, naja, dann war der Gedanke so, hey, wäre doch schön, wenn man auf dem Wege mal an die Leute was zurückgeben kann, da ist die Dokum hier quasi mit entstanden, mit einigen Freunden zusammen und, ja, es ist halt krass zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Früher war das so, es waren quasi dieselben 5000 Leute auf allen Conventions, die man irgendwie besucht hat und fährst auf die Kon-Szene oder eine Leipziger Buchmesse oder eine Animagic und es waren dieselben Leute eigentlich dort zu sehen. Das ist jetzt ganz anders. ähm, sind Conventions größer geworden, also, eigentlich Dokumi hat angefangen mit der Idee für 300 Leute und es ist auch zuerst kam schon 1800, ähm, damals noch vor, vor Facebook-Zeiten nur auf, einem Animax, äh, Event-Kalender eingetragen und es hat schon gereicht, dass halt ganz viele Leute gesehen haben, ey, ist das in Düsseldorf, wir wollen kommen, tragen uns ein und es ist dann quasi immer größer geworden und, äh, dieses Jahr werden um die 140.000 Leute, vielleicht sogar 150.000 Leute über drei Tage erwartet, was, was schon Richtung Gamescom geht, was Wahnsinn ist, verrückt ist, ähm, aber das heißt, die Konzentren größer geworden, ähm, aber, und, und haben sich halt viel entwickelt, aber ich muss auch sagen, ähm, in eine sehr positive Richtung, wenn es vor allem den Aspekt Akzeptanz angeht. Früher war es noch so, eben Cosplay irgendwo hinzugehen, man wurde halt echt schief angeguckt, belächelt oder war so irgendwie, war, aber es war jetzt nicht so, nicht so beliebt das Thema, muss man sagen, so in der Allgemeinen Zeit, aber auf meiner ersten Con, wo ich als, äh, Cosplay war, wurde ich von einem Einheimischen, sag ich jetzt mal, angesprochen, so, ah, ist hier wieder diese, diese Manga, und, Manga, Manga Party, bitte, ja, die Convention, die Manga und Anime Convention, die ist jetzt hier, die eine, genau, die eine, die, ja, die, ja, genau, die Manga, die Manga, ist hier eine fette Manga Party am Laufen, oder, das ist, oh, da cringet wir mit alles, wir haben jetzt, letztens erst ein Artikel gelesen, Anime ist Mainstream jetzt, ja, ah, gesunde Einzelthema, und damit wachsen auch die Conventions, und das finde ich sehr gut, ich finde, das ist eine ähnliche Entwicklung, wie es bei der Gamescom gewesen ist, da hieß es auch früher, ja, die stinkenden Game auf RTL, ja, der, der Skandalbeitrag, wo sich alle drüber aufgeregt haben, und, na jetzt, so wird keiner jetzt über die Gamescom reden, weil halt Gamescom so ein, ein brachiales Thema mit Wirtschaftskraft, und, und mit, einfach Reichweite hat, ähm, und Akzeptanz in der Gesellschaft, so, wenn, wenn jetzt einer ankommt und sagt, ja, die Gamer stinken alle, dann bleibt dir einfach mal 80% der Leute, die halt irgendwie, äh, die es halt gibt, und, sollte man nicht tun, ist halt eine dumme Idee, ähm, ich sag mal, bei Anime Cosplay ist es auch so, ne, du hast halt Cosplay, die sich was aufgebaut haben, die eingeladen werden, auf internationale Events, die halt, äh, richtig coole Cosplays, und, und Shootings machen, ähm, und das eben sich im Internet präsentieren, und das hat halt Akzeptanz und Respekt gewonnen, ähm, jetzt wird keiner mehr sagen, boah, Cosplay ist cringe, wenn du einfach eine richtig wunderschöne Cosplay-Info, die siehst, die halt irgendwie, einfach, äh, weiß nicht, aussieht wie eine Prinzessin, weil sie einfach, äh, ein wunderschönes Ausfit anhat, auch mehr attraktiv ist, und einfach, einfach, ähm, da soll der andere erst mal gegenüber anstinken, würde ich sagen, ne, mit coole, gegen coole Make-up-Skills, und einfach das Crafting dahinter, jo, ne, ähm, und, das, das, das ist wirklich einfach anders geworden, das finde ich aber sehr gut, denn hier ist Akzeptanz mit reingekommen, die es früher nicht gab, ähm, die jetzt aber definitiv vorhanden ist, und, äh, ja, das freut mich einfach. Auf jeden Fall, also, das finde ich halt auch gut, also mit den Conventions, wird den ganzen Leuten einfach die, einen Raum gegeben, sich zu, ja, wie du schon gesagt hast, zu sozialisieren, zu treffen, über das Hobby zu sprechen, mehr über das Hobby kennenzulernen, Cosplayer zu treffen, oder auch, äh, sich über neue, ähm, Animes, Mangas, was auch immer zu informieren, an dem Rahmenprogramm teilzunehmen, und das finde ich auch cool, dass sich Convention zu Convention, auch Unterschiede rauskristallisieren, also, wirklich jede Convention hat so ein bisschen sein Motto. Nehme ich jetzt mal als Beispiel die, die Animagic, die ist halt dafür bekannt, dass sie immer ein sehr starkes Programm hat, und dass sie wirklich auch von diesem Programm, größtenteils lebt, ne, viele Ehrengäste, viele verschiedene Ehrengäste, viele hochkarätige Ehrengäste, und auch wirklich gute Show-Acts, die da gemacht werden, irgendwie Konzerte, wie aus, aus, Your Lion April war das, da war ich drin, das war sehr, sehr cool, es werden teilweise Folgen aus Animes gestreamt, die noch nicht veröffentlicht sind, Panels mit den Manga-Kassen, so, sehr, sehr geil, also lebt auf jeden Fall von den, von den Ehrengästen hauptsächlich, würde ich jetzt mal sagen, die haben auch gar kein Interesse daran, einen Cosplayer oder sowas einzuladen, also, klar haben die Interesse, dass die da sind, aber sie würden jetzt keine Cosplayer als Ehrengäste einladen, außer vielleicht für ein Panel oder so. Dann hast du Epikon, die es ja, glaube ich, jetzt leider nicht mehr gibt, da war Cosplayer im Vordergrund, da hast du wirklich den, eine ganze Halle gehabt, wo nur Cosplayer ausgestellt haben, wo ich dann ja letztlich drin war, und dann hast du natürlich auch noch sowas wie die Dokomi, die alles so ein bisschen in sich vereint, und das finde ich halt einfach so der Dreh- und Angelpunkt der Otaku-Szene, was Conventions angeht, meiner Meinung nach. Ja, tatsächlich ist auch der Anspruch der Dokomi, quasi nicht in einem Bereich so bei uns herauszustechen, wie zum Beispiel eine Animagic über Ehrengäste, sondern wir versuchen wirklich in die Breite zu gehen und allen oder möglichst vielen Communities innerhalb der Otaku-Szene, die ja wirklich sehr, sehr vielfältig ist, du hast die Fashion-Enthusiasten, Musikfans, du hast Tänzer, du hast die Zeichner, du hast die Cosplayer, du hast Manga-Fans, du hast Anime-Fans, selbst das sind ja schon zwei verschiedene Gruppen, dass man quasi denen eine Plattform bieten kann, mit verschiedenen Programmpunkten auf der Con und da wirklich breit aufgestellt ist und dass man auch immer wieder sich anschaut, dass man den neu aufkommenden Sachen, zum Beispiel VTuber oder Etascha-Fans, Etascha sind zum Beispiel mit Animagic bedruckte Autos, dass man all diesen Sachen eine Plattform bietet, weil wir haben den Platz, wir haben die Möglichkeiten dazu und auch beim Gäste-Ehrengäste-Bereich, das wird natürlich sehr, sehr breit aufgestellt, aber haben so eher nicht eine Schlagseite, so zum Beispiel ganz, große Musik-Acts einzuladen oder Musik-Acts einzuladen, sondern eher auch hier so ein Portfolio von verschiedenen Bereichen, DJs, Dojinschika, Mangaka, Musiker natürlich, also da ist wirklich dieser breite Ansatz da, um halt wirklich der Community in der Breite gerecht zu werden. Ja, und so hat jede Convention halt ihren eigenen Vibe sozusagen, aber so der zentrale Punkt ist dann einfach, ne? Die kleine, aber dennoch größte Deutsche-Anime-Convention, die gute Dokumie. Genau, finde ich sehr, sehr cool, vor allem auch jetzt, wo es wieder in den alten, beziehungsweise ja jetzt neuen Hallen stattfindet, das ist, hat nochmal ein bisschen mehr Charakter wieder zurückgegeben, finde ich, weil das war ja auch früher der Austragungsort. tatsächlich, finde ich, liegt auch eine Convention grundsätzlich mega von Flair und von der Location, ne? Bei der Dokumie ist es ja der Nordpark und halt ist jetzt der schöne Eingangsbereich der neuen Messe Süd, gerade die modernen Hallen, die ja gebaut wurden, auch das Kongresscenter macht sehr viel her, der Blick auf den funkelnden Reihen, also ich, ich liebe es einfach, für mich war das so wichtig, dass wir zurück in die Kongresscenter-Räumlichkeiten gehen können und nicht nur in Messehallen sind, auch wenn wir Messehallen definitiv brauchen, gerade für eine Artis-Elle, die halt tausende von Zeichen mittlerweile fasst, da brauchst du halt, da kommst du mit Kongresscenter oder Hotelräumen nicht weit, aber dass man auch diese gemütlichen Teppich- und Rückzugsflächen hat und auf den funkelnden Reihen schaut, das ist mir halt immer mega wichtig gewesen und ja, weil in Leipzig ist es zum Beispiel dann die große Glaskuppel in der zentralen Halle, die einfach das Flair ausmacht. Klar, es gibt ja Halle 1 und mittlerweile glaube ich auch eine weitere halbe Halle, die hinzugenommen wurde, um halt dem Album Manga-Content eine Plattform zu bieten, aber der große, der große atmosphärische Punkt ist halt wirklich dieses Glaskonstrukt in der Mitte der Leipziger Buchmesse und würde ich sagen, ist einer der Gründe, warum die Cosplay seit fast 20 Jahren wirklich da regelmäßig hinflocken, weil, ja, LBM, ist halt ein schönes Location. LBM war ich selbst tatsächlich noch nie, also ich hatte es immer mal wieder vor, aber ist ja auch sehr überlaufend, das hat sich bei mir leider nie ergeben, aber wo du gerade bei großen Hallen bist, da fällt mir gerade mal auf, also mal abgesehen von den Buchmessen, ist die Dokumi doch, glaube ich, die einzige Convention, die tatsächlich in richtigen Messehallen stattfindet, also jetzt nicht Kongresscenter, sondern richtig in Messehallen, oder? Es gibt noch weitere, ich glaube, die Max Berlin ist mal in Messehallen gezogen, Epikon war auch quasi in Messehallen mal gewesen. Ja, genau, im ersten Mal, dann war sie aber in diesem Kongresscenter. Genau, genau. Was man halt bedenken muss, aus einer Convention-Sicht macht es halt Sinn, klein zu starten und größer zu werden, langsam zu wachsen, so haben wir es bei der Dokumi zumindest auch gemacht, und direkt in Messehallen zu gehen, ist halt ein großes Risiko, denn dafür brauchst du halt echt eine ganze Menge Besucher, damit es dir das überhaupt rechnet, eine Messe ist unsagbar teuer, einfach weil du so viel Infrastruktur bereitstellen musst, damit überhaupt eine Veranstaltung dort funktionieren kann, daher kann ich immer nur auch anderen, anderen Kon-Orgas immer nur empfehlen, so, ne, klein anfangen und nach und nach reinwachsen und sowas, wenn es dann irgendwann für eine Messehalle erreicht, super, aber nicht direkt groß starten wollen, denn das kann echt teuer werden und dir in die Hose gehen, zumal ich auch sagen muss, Messehallen sind jetzt nicht der schönste Ort, also es ist funktional und praktikabel, aber sogar kleine Conventions haben echt was für sich, zum Beispiel bin ich deswegen auch, haben wir deswegen auch die Icon-Systeme gerufen, weil wir, weil ich persönlich auch für mich meinte, okay, es ist, Dokumi ist ja groß geworden, so richtig, wir versuchen es familiär zu halten, aber natürlich bei so vielen Menschen ist es auch nur begrenzt möglich und die Icon wäre dann quasi ein Gedanke, dass wir das doch nochmal in einer kleinen Con machen, die auf maximal 600 Leute am Tag begrenzt ist und man so dieses total urige, familiäre mit Übernachten und Lagerfeuer nochmal zusammenfügen kann, Icon ist einfach Liebe, also jeder, der mal da war, der weiß das, es ist wild, es ist sehr wild, es ist 18+, aber hier, da würde ich einmal ganz gerne auch ein bisschen Credit geben an die Yayuko in Dachau, wo das Konzept ein Stück weit herkommt und die ich auch sehr gerne früher besucht habe, gibt es leider auch nicht mehr, aber war auch eine ganz, ganz kleine Convention mit 18+, als quasi, also man musste 18 sein, um die Veranstaltung teilnehmen zu können, war auch mit Übernachten vor Ort und auch Fokus auf Jaui und Juri und es war einfach ultra chillig, es war sehr klein, 200 Leute oder so waren ab hier mein Daumen, aber ich bin wirklich sechs Stunden da angefahren, um daran teilzunehmen, weil das einfach so ein schönes Flair war, also Convention wird ein, eine Convention wird nicht einfach nur deswegen gut, weil da viele Menschen sind, sondern eher, wenn das Konzept gut funktioniert, wie zum Beispiel so ein rundes Konzept bei der Animagic mit schönen Location und, ja, schönen Ehrengästen oder passenden Ehrengästen oder eben bei der Dokomi, wo einfach so komplett Party ist überall, wo es ganz viel Variationen gibt im Programm oder, ich bin ja auch großer Fan von den Zeichnern vor allen Dingen vor Ort, wo man einfach absolut bis zur Eskalation shoppen kann, was halt Zeichner angeht, wo man neue Sachen finden kann, die man sonst halt nirgendwo kriegt, ne, einfach zwei Tage, um die Artist Alley abzulaufen. Ja, ja, so viel, so verwinkelt, so much Zeichner, aber ich hab, also sieht man jetzt leider nicht, weil es auf der anderen Seite von meiner Kamera ist, ich auch von Nori, Nori-san heißt sie, glaube ich, diese Schwarz-Weiß-Bilder, die immer mit einem Farkt-Akzent, weiß glaube ich, was ich meine, oder? Schwarz-Weiß gezeichnete Anime-Charaktere, immer mit einem Farkt-Akzent, also beispielsweise Deku aus My Hero Academia, Schwarz-Weiß gezeichnet, aber grüne Haare, grüner Angriff und so, ach, sechs Stück hab ich hier hängen, aber, oh nee, sieben, acht, acht. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich hab auch eine komplette Schublade voll mit, nur mit Postkarten von Zeichnern, ich sammle halt super gerne Postkarten, weil die sind halt in der kleinen Hand, nicht, aber man hat halt das schöne Artwork, ne, kompakt zusammengefasst, kann man auf, auf Convention gut mittragen, Posts sind etwas unpraktischer und da häng ich auch seltener auf, aber daher sammle ich super gerne Postkarten, ähm, mit schönen Artworks drin, und, ja, da hab ich auch eine komplette Schublade voll mit, ähm, nicht immer mal so alle, Sammlungen gesehen, ja, also ein Teil davon, alles kann man irgendwie mit dem Auge gar nicht erfassen. Nee, ich glaub, ich mach auch irgendwann mal einen Nullstream oder so, wo man einfach mal zeigt, wo man was da, was da so alles, äh, was sich so alles angehäuft hat über die Jahre, weil wir haben echt krass talentierte Künstler in der Szene und fairerweise, das war ja auch nicht immer so, also, talentierte Künstler, ja, aber auch das wurde nicht so gewertschätzt früher, als wir die Dokumente gegründet haben, damals noch, und wir zum ersten Mal so etwas wie in der Artist Alley auf einer Convention hatten, da war es noch so, dass die Zeichner vielleicht einen Euro oder so für den Konhorn-Eintrag genommen haben und sich dann anhören lassen mussten, was? Du willst einen Euro haben für eine Zeichne und meinen Konhorn? Ist ja Wohcha! Heutzutage undenkbar, wirklich undenkbar, jetzt wird es wirklich geschätzt, was die Leistung dahinter ist, was die Arbeit und die Zeit dahinter ist, früher war es so, als Zeichner auf einer Kon, da hast du einen Stapel von Konhans gehabt und alle Freunde sagten, ja, zeichne hier rein und gerade die guten Zeichner wurden natürlich belagert, weil jeder von ihnen was Tolles haben wollte, aber das war einfach nicht normal, dass da dafür gezahlt wurde und ich sag mal, für Freunde, klar kann man das machen, aber die wurden wirklich belagert, manche Zeichner konnten quasi, die Kon gar nicht richtig genießen, weil sie quasi von einem Konhorn das nächste zeichnen mussten und ich finde, das ist fairer geworden jetzt. Ja, und das ist ja auch nicht sinnvoll quasi beziehungsweise ja nicht zeiteffizient, wenn du wirklich in jedes Konhorn vor Ort zeichnen musst, hast du ja gar keine Zeit mehr, ja, noch was anderes zu machen und im Zweifel auch nicht alle Konhorns da vollzukriegen, also da bin ich dann auch eher ein Fan von, kauf dir was, was hier gezeichnet ist und angeboten wurde und krieg in dein Konhorn eine kleine Kritzelei und eine Unterschrift oder sowas und dann ist gut, ne? Also schätze den Künstlerwert, aber auch seine Zeit. Genau, genau. Was ich an spezieller Anime-Con-Szene halt bis heute wirklich liebe, ist, dass egal wie groß es geworden ist, immer noch viel Herzblut in einem steckt und auch viel Ehrenamt in einem steckt. Das ist für mich ein starker Kontrast zu den Comic-Cons, die für mich immer etwas sehr Kommerzielles haben. Kein Front, by the way, aber ich bin einfach jetzt nicht so der Comic-Con-Mensch, sondern halt wirklich eher der Anime-Con-Mensch und das liegt wirklich mit daran, wie Anime-Cons strukturiert sind, wie sie gewachsen, groß geworden sind. Das ist wirklich, das merkst du einfach am Flair vor Ort, dass da einfach so viele dedikatede Leute sind, die einfach coole Dinge machen und dann einfach ein schönes Erlebnis zaubern und einfach einen schönen Treffpunkt zaubern für Gleichgesinnte, die genauso verrückt sind wie man selber. So, ich finde auch Anime-Conventions geben dir auch ein ganz anderes Gefühl als jetzt zum Beispiel so eine Comic-Con. Eine Comic-Con hat eher schon so Anmaßungen, also vom Gefühl her, nicht von der Größe her, aber vom Gefühl her, wie eine Gamescom. Du bist da, guckst dir dein Zeug an, gehst in die Panels, die du im Zweifelsfall sogar noch bezahlt hast auf einer Comic-Con und machst da dann halt so dein Ding. Triffst du auch ein paar Gleichgesinnte oder so, aber auf einer Anime-Convention, da bist du einfach, wenn du da öfter warst, du bist einfach Teil einer großen Familie, auch wenn du die Leute teilweise nicht kennst. Du weißt, du kannst jeden ansprechen, du kannst mit jedem irgendwie über sein Favorite-Anime und so weiter reden oder Manga, was auch immer am Stand. Du kannst mir fragen, ach cool, guck mal, du hast das hier gerade in der Hand, hast du den ersten Manga davon schon gelesen, ist das gut und so weiter. Du kannst immer ein Gespräch anfangen, immer sehr schöne Situationen, auch beim Essen oder so und du hast einfach, du brichst einfach mal auch aus diesem Alltag aus, dieses so, ich gucke runter, bin nur mit meinem Zeug beschäftigt, habe noch Ohrstöpsel drin, labere mich bloß nicht an. Du bist da einfach in einer großen, liebenden, netten, schönen Familie. Ja, absolut. Und ich sag mal, wenn man es auf die Spitze treibt, dann sieht man sich sowas wie Japan-Tag an, wo quasi ein Open-Air oder Open-Air, ein Outdoor-Festival quasi ist, entlang der gesamten Rhein-Promenade der Distrover-Altstadt, wo halt auch diese Sphäre wirklich in die Stadt transportiert wird. Und da merkst du halt, du hast eine Million Cosplay da rumlaufen und einfach Anime-Manga-Fans, du merkst, dass es da relativ friedlich ist. Also, ja, natürlich ist es nicht so in einer Safe Space wie in einer Convention, wo du wirklich in einem geschützten Raum bist. Es sind halt auch eben normale Leute da quasi rumlaufen oder auch vielleicht immer betrunkene Leute oder sonst irgendwas. Das ist halt auf der Con meistens doch eher anders. Aber selbst da merkst du wie einfach diese diese wirklich offene und liebenswerte Szene ihre Atmosphäre in die Stadt hinein trägt. Und das wird auch wirklich mittlerweile von den höchsten Stellen aus eben wertgeschätzt. Also, sei es vom Oberbürgermeister, sei es vom Fernsehen, WDR und uns was hier darüber berichten. Es gab tatsächlich in der Zeit wieder ein paar gute Berichte auch von Seiten des WDRs über Anime und Japan quasi in Düsseldorf. Und du merkst einfach, wie die Wertschätzung da ist und wirklich von höchsten Stellen. Also, wir haben ja den Zeichenmitwerb bis dort durchgeführt und ich kann sagen, also, das war für mich auch ein sehr emotionaler Moment jetzt am gestrigen Tag. Ich werde auch eingeladen auf einem offiziellen Empfang statt des WDR abends. So ruhig mit Anzug und allem und mit Grußwort und sowas. Das japanische Offiziellen und so weiter. Und auch sehr direkt ein Blick aufs Feuerwerk, was auch ein wirklich besonderes Erlebnis für mich war. Aber auch da hat der Oberbürgermeister quasi, ja, sich bedankt, gelobt, sowohl, dass es die Dokumente gibt, aber eben auch, dass es sozusagen wie die Manga-Wettbewerbe dort gibt. Und also kein direktes Lob vom, ne, quasi wichtigsten Menschen im Amt der Stadt Düsseldorf. Das fand ich sehr beeindruckend und er hat mir ein paar Tränchen vergossen muss ich sagen, weil ich das nicht erwartet habe. Und diese Wertschätzung wurde über viele Jahre erarbeitet. Und jetzt nicht nur für die Dokumente oder nur für den Japan-Tag, sondern wirklich, das hat sich diese Szene erarbeitet, weil jeder, der dort irgendwie arbeitet oder das irgendwie mal mitbekommen hat, weiß, okay, jo, eine Gameplay ist ein bisschen anstrengender oder ein Rockfestival ist rabiater. Aber die Anime-Cons, oh, die Leute sind so entspannt, die sind so liebenswert. Also, ich hoffe, dass es auch noch lange so erhalten bleibt. Aber definitiv ist das etwas, was sie auszeichnet und was man diesen Fans wirklich zugutehalten muss, was man uns zugutehalten kann. auch so ein Schild aufhängt, Dauerwerbesendung. Ja, also wirklich für, also Dauerwerbesendung für diese Community, weil das einfach was Besonderes ist. Nein, ich stimme dir, ich stimme dir da vollkommen zu. Also, es ist einfach genial, wie groß das jetzt geworden ist, was es vorhin so was Spaßeshalber gesagt so mit einer Million Cosplayer auf dem Japan-Tag, das klingt so absurd, aber es ist ja wirklich, es sind glaube ich 700.000 oder so da immer, die da auflaufen. Nicht nur Cosplayer, sondern alle Besucher. Aber das ist schon, das ist schon enorm. Das ist glaube ich auch so Maximum Capacity von der Rheimpromenade. Da ist irgendwo Schluss, weil die ist voll, die ist ganz voll. Man muss wissen, wenn man sich da irgendwie versucht zu verabreden, also man muss wirklich wissen, wo man sich verabredet. Denn auch sowas wie, hey, lass uns an der Brücke treffen, das reicht nicht. Es gibt mehrere Brücken, es gibt zwei und du bist immer an der Falschen. Es ist immer an der Falsche. Ich glaube, du hast schon Erfahrung damit gemacht, oder? Ja, mehrfach auch. Aber das Schöne ist auch, wenn du da so Leute in deiner Gruppe hast, du hast da dann halt durch 700.000 Leute auch keinen guten Handyempfang. Das heißt, du bist froh, wenn überhaupt eine Nachricht durchgeht und dann kriegst du so kryptische Mitteilungen und denkst dir so, oh nee, komm, jetzt muss ich wieder dreimal nachfragen, schick doch einfach ein verdammtes Bild, wo du bist. Nein, es wird rumdiskutiert. Ach, ich kann auch da, ich kann auch hier, ich kann auch da und du bist schon dreimal um den ganzen Japan-Tag quasi gegangen. Man hat es immer noch nicht gefunden, also wild. Das macht ihr am besten vorher und wenn ihr auf den Japan-Tag geht, also kann ich echt empfehlen, auch das Feuerwerk, was Fisky gerade erwähnt hat, das ist richtig gut gemacht, richtig schön. Wenn ihr hingeht und wenn ihr länger da seid, japanisch essen gehen und so weiter in der Stadt, macht das wirklich vorher oder nachher, weil es ist am Japan-Tag echt heftig, es ist echt voll, wie ihr euch vorstellen könnt, aber geht auf jeden Fall trotzdem mal durch die Straße, also Little Tokyo und nicht nur da an der Rheinpromenade, dann in diesen Little Tokyo machen die Läden auch immer noch so ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr auch so war, aber sonst war es ja immer so, dass sie sich da rausgestellt haben und dann noch irgendwie Okonomiyaki gegrillt haben oder diese kleinen Fische, wie heißen die nochmal? Tayaki. Tayaki, ich liebe die so sehr. Auch dieser neue Laden, der ist diese Tayaki mit rote Bohnenpaste und Matcha-Eis und wo kann ich mich reinlegen, Gott sei Dank, wo ich immer wieder für jeden Tag essen. Genau, aber Japan-Tag auf jeden Fall auch von mir. Riesenempfehlung, ist eine coole Sache und auch wenn man sich mal anguckt, warum es den Japan-Tag überhaupt gibt, das war ja damals als Dankeschön gedacht von der japanischen Kultur, weil die in Düsseldorf das ja sehr stark vertreten, aber wird auch sehr gut, ja nicht nur akzeptiert, sondern sehr willkommen geheißen, hat sich sehr gut etabliert, Little Tokyo, sehr beliebt, die Läden sind immer voll und es ist ein sehr schönes Miteinander und dafür wollte sich die japanische Gemeinschaft einfach bedanken, hat gesagt, jetzt machen wir hier diesen Japan-Tag für ganz Düsseldorf, weil der Bock hat, kann kommen und das ist dann halt sehr schnell sehr eskaliert, weil viele Leute Bock hatten. Allein schon wegen dem Feuerwerk, ich bin mir irgendwie rein in Flammen oder Kölner Lichter oder ein Hamburger Feuerwerk anschaut, das ist einfach ein Besuchermagnet ohne das Gleiche, aber ja, dann hat sich dieses ganze Programm darüber rumgeentwickelt und das ist einfach ein tolles Erlebnis. Die Kinder sind halt auch super, was Feuerwerk angeht, ich weiß, hier in Hamburg gab es auch das Kirschblütenfest, ist aber relativ klein, aber das Feuerwerk ist immer recht groß, das wird dann auch, das ist auch so ein kleines japanisches Volksfest hier, aber wirklich klein. Da gibt es dann auch ein Feuerwerk, auch von Japanern gemacht und ich weiß auch, für Schiffe wird hier auch Feuerwerk gemacht, also wenn Schiffe im Hafen eingeweiht werden, beispielsweise letztens bei der AIDA noch gesehen, die machen meistens auch dann noch Lichtshow und ein Riesenfeuerwerk und die sind meistens sogar auch von japanischen Feuerwerksmeistern inszeniert. Wahnsinn, Wahnsinn, also das ist wie so ein Punkt, ich finde, so ein japanisches Feuerwerk ist schon echt anders als so, was man sonst bekommt. Ich habe tatsächlich heute noch einen Bericht darüber gesehen, dass es halt eben bei japanischen Feuerwerken eher so Kugeln abgeschossen wird und in westlichen halt eher Raketen und an den Kugeln kannst du halt besser irgendwie steuern, wie halt Smilies oder Herzen und sowas in die Luft bezaubert werden können. Wusste ich bis dato gar nicht. Mega, mega spannend. Die können da mit diesen Trennen, ich habe mich tatsächlich ein bisschen mehr auch mal mit beschäftigt, weil ein Kollege von mir hat einen Bekannten, ja der Bekannte des Bekannten, aber es ist diesmal wirklich so, der ist da auch so ein bisschen drin und hat auch solche Sachen mal, ja, ich glaube, da hat man in so einer Pulverfabrik dafür gearbeitet, ich weiß es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall hatte er Zugriff darauf und hat diese Teile, hat gedacht so, ey, das ist eine geile Idee, dass ich mir die zu Silvester mal nach Hause hole, das Feuerwerk wird erste Sahne, keiner kann mir mehr mithalten. Hatte er recht, hat jetzt aber auch einen Krater im Garten. Oh, von dem weiß ich halt beziehungsweise von den Geschichten dazu, dass die Kugeln, du kannst da wohl besser mit Trennmitteln arbeiten und die chemische Zusammensetzung besser voneinander trennen, weil das sind ja im Prinzip so Magnesium, Calcium und so weiter, was da ja diese Farben verursacht und das kannst du da besser voneinander trennen, dass du diese diese Muster auch irgendwie machen kannst. Wie genau das funktioniert, gut, da bin ich raus, Chemie war nie mein Fach, aber ich finde, ich finde es super spannend, aber irgendwie bin ich nie reingekommen. Wann gibt es endlich Feuerwerke auf Conventions? Ja, nie. Ne? Was hätte ich auch? Naja, Flughafen, bei der Dokument ist wirklich das Problem, dass ein Flughafen in der Nähe ist und deswegen dort ein Feuerwerk leider schwierig ist. Ja, den können wir ja irgendwie mal bestreiten lassen oder schließen. Ich glaube, da sind ganz schön viele Leute sauer auf uns. Naja, naja, mein Vorschlag mache ich jetzt lieber auch nicht, der wäre, glaube ich, ein bisschen sehr illegal. War halt den Drohenschuh für mich. Flughafen wahrscheinlich. Ne, aber so ein Nordpark zählt dann wahrscheinlich auch noch damit rein, ne? Naja, schwierig. Auch zum Punkt, Dokument Nordpark oder generell Außengelände von Conventions bei Animagic, was früher in Bonn die Rheinwiese oder auch jetzt ist doch der Wasserturm quasi in Mannheim. Ich finde es tatsächlich, dass so ein Außengelände für eine Konnte unheimlich wichtig ist. Für uns war von Anfang an immer klar, dass quasi Leute, die halt auch ohne Ticket kommen, Teil der Con sind oder dazugehören oder nicht irgendwie, es gab immer diesen etwas despektierlichen Begriff Con-Gammler oder so, die quasi da kommen und dann irgendwie vor der Con rumgammelt oder so. Aber das finde ich tatsächlich, also ich finde, dass es nichts Schlimmes, sondern es gehört einfach zur Con dazu. Das Leute auch einfach draußen chillen oder dann im Park chillen oder auf dem Wiesen davor chillen, sich dann treffen, zwanglos. Es bringt ja unheimlich viel fürs Gesamt-Flair. Ich finde, das ist enorm, also es ist richtig und wichtig auf jeden Fall, dass es irgendwie dieses Außengelände gibt. Auch wie du schon gesagt hast, für diese, ich nenne sie jetzt mal nicht Con-Gammler, sondern für Leute, die einfach da sein wollen, aber jetzt nicht unbedingt den Anspruch haben, reinzugehen. Es ist einfach gut, das zu haben, weil dadurch kriegen auch nochmal andere Leute, die jetzt zum Beispiel vielleicht zufällig dran vorbeigehen, kriegen das nochmal mit, können sich da trotzdem treffen. Wer jetzt nicht auf die Con selber will, sondern sich einfach das nutzt, um Leute zu treffen, das kann man dann da machen ohne Ticket. Und auch, was ich von mir auch gemerkt habe als Cosplayer, du gehst auch über dieses Außengelände, weil erstmal schöne Szenerie in der Regel, also Rosengarten in Mannheim mit dem Wasserturm, Dokumi natürlich mit dem Nordpark, ist ja auch wunderschön. Oder auch bei der Conagy, da hast du ja auch so einen Wildpark, würde ich jetzt mal sagen, der ist eher bodenständig, der Wildpark. Aber trotzdem cool, dass es da ist, weil es nochmal so Szenerie ist, du bist eh im Cosplayer, kannst du auch vielleicht ein kleines Shooting oder so machen, kannst draußen nochmal Leute treffen, Leute bei Shootings beobachten oder so. Du kriegst einfach viel mehr Eindrücke, dadurch, dass nochmal dieser Außenbereich da ist und hast natürlich dann auch nochmal einen Ort, wo du, ich sag jetzt mal, durchatmen kannst. Du bist nicht im Gewusel, kannst mal rauskommen, kannst dich mit deinen Leuten hinschillen, vielleicht dein, was weiß ich, Reisbällchen, was du auf der Con gekauft hast, Essen, irgendwie so. Ein bisschen Picknicken. Ja, ein bisschen Picknicken quasi. Ja, das muss ich ja auch noch hervorheben, dass ich bei der Doku mir immer sehr gefühlt habe, ist das Essen, weil das ist somit die Einzige, also es ist nicht die Einzige, aber es ist wirklich die Con, die wirklich sehr viel Wert auf das Essen und auf die Authentizität, Authentizität, dieses Wort, Authentizität, jetzt sag ich es nochmal, des Essens legt. Man hat immer eine große Auswahl an wirklich Sachen, die auch dazu passen. Rahmen gibt es, diese Crêpes gibt es, also gab es letztes Jahr nicht, aber sonst immer diese japanischen Crêpes und so weiter und auf vielen Cons hast du leider dieses Jahr, hier ist Standard Catering, hier kannst du deinen Thai Curry kaufen und ich denke mir so, okay, ich dachte, das ist eine Manga und Anime Con, warum Thai Curry? Da gibt es übrigens einen Grund für, denn meistens haben Hotels, Kongresscenter oder besten eben exklusiv Caterer, über die das alles laufen muss, weil in fairer Weise Catering ist eigentlich das, wo auf einer Convention oder auf jedem Event eigentlich am meisten mit Umsatz gemacht wird, jetzt mal vielleicht vom Ticket oder so abgesehen, aber so essen muss jeder auf einer Con und wenn du halt zigtausend Leute hast, die alle essen wollen, und es ist um das Potenzial. Und deswegen ist die Organisation von Essensständen, so externen Essensständen ultra schwierig, du musst halt die Caterer halt überzeugen oder halt dann mit Konzepten vorlegen oder Korkgeld bezahlen oder sowas, das ist aber echt kompliziert. Wir haben da auch lange, lange dran bohren müssen, mittlerweile Virtual Cooperation aber sehr, sehr gut. Wir haben eben das Problem gehabt, dass wir quasi gar nicht hinterhergekommen sind mit dem Wachstum der Veranstaltung, dass die Essensstände einfach anzupassen, dass wir genug haben. Das ist, dass ich auch in diesem Jahr nochmal einen Riesenschritt nach vorne gekommen, dass wir jetzt fast 50 Essensstände jetzt haben und eben natürlich auch darauf achten können, möglichst viel Japanisches mit beizumischen, weil man sagen muss, je größer eine Con wird, desto schwieriger, also wichtiger ist, dass überhaupt genug Essensstände da sind und irgendwann hast du einfach alle japanischen Restaurants oder Caterer, die überhaupt Veranstaltungskatering machen können, abgegrast. Aber das ist ein wichtiger Punkt da, wo wir auch schon lange daran gearbeitet haben, was aber auch ein dicke Bretter worden war in der Vergangenheit, wo man einfach bei fairer Weise Exklusivverträgen und normalerweise bei so großen Locations da sind. Das ist jetzt nicht in Düsseldorf so, das ist in jeder Messe und noch in jedem Kongresscenter so. Mit dem wir uns noch zusammenarbeiten, wenn aber man da gemeinsam was Gutes schafft, dann ist es ein Win-Win-Win für beide Seiten. Genau, also ich finde so ein bisschen Convenience, also normale Sachen, der Deutsche braucht seine Currywurst, sagt man ja immer. Ja. Das darf natürlich auch nicht fehlen, das ist auch super, ich finde, aber das mit dem japanischen Essen, das ist gerade für die Leute, die jetzt zum Beispiel nicht aus Düsseldorf kommen oder aus Hamburg, wo du dann auch noch so ein, zwei Möglichkeiten irgendwie noch findest, wenn du dann hast, die haben da dann so mit die einzige Möglichkeit, das mal zu probieren und da ist natürlich cool, wenn dann auch was in die Richtung angeboten wird. Das aus, wie du gerade gesagt hast, das zu gutem Grund vermisst man das bei einigen Conventions, ist natürlich trotzdem schade, auch wenn die Convention denn im Zweifelsfall nicht mal was dafür kann. Ja, das ist mir wirklich meistens der Fall tatsächlich. Ja, aber es soll auch jetzt kein Hate oder so auf andere Conventions, weil ich honnere jede Convention, die uns hier irgendwie bereitgestellt wird und einen Punkt bietet, wo man sich halt treffen kann, austauschen kann und sein Hobby in die Realität überführen kann, ausleben kann, wie auch immer. das größten Respekt vor. Aber gut, gerade das mit dem Essen, es wäre natürlich cool, aber klar, manchmal hat man einfach nicht die Möglichkeit. Ja, wie so oft so. Du hast übrigens zwei Sachen dazu, was ich mal wichtig finde, ist, dass aber trotzdem natürlich das Mitbringen von Eigengetränken erlaubt sein muss, weil hydriert sein, genug essen und sowas, auch ein ganz großer Shoutout an alle Convention-Gänger da draußen, bitte, 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 esst und trinkt genug, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Jetzt war ich wie mir auf der Animagic, wo der Hitzerekord gebrochen wurde, in Mannheim, irgendwie 40, oder 41,1 Grad oder so und ich war in meinem 9S-Cosplay aus Nier Automata, also komplett einmal in Vlies eingepackt und, in Samtstoff, komplett einmal in dicken Samtstoff eingepackt, geh raus aus dem klimatisierten Convention-Gebäude, schön in den Rosengarten zum Shooting und merke erst mal so, ui, okay, irgendwie sollte mir jetzt nicht schwarz vor Augen werden. Oh nein! Oh, schlecht. Denn erst mal, weil das waren tatsächlich auch noch so eine Convention, die lange daran festgehalten hat, war da tatsächlich auch den Caterer geschuldet, keine mitgebrachten Getränke, es wurde auch teilweise durchsucht, da sind sie jetzt aber, soweit ich weiß, von weg, du darfst wohl Wasser mitbringen und kriegst da, die haben an dem Tag tatsächlich auch Wasser ausgegeben und sowas, also die haben selber wirklich viel dafür getan, dass es besser wurde und das halt ein Sicherheitsrisiko auch ist und ich sehe, da muss man halt meistens die Caterer ein bisschen educaten drüber, weil, klar, die wollen Umsatz machen, aber die machen ihren Umsatz ja, also um Gottes Willen, wenn dann so viele, wenn dann 10.000 Leute am Tag kommen oder so, die machen ihren Umsatz, aber es ist wirklich wichtig, dass die Besucher auch selbst sich das mitbringen können, um halt hydriert zu bleiben, denn klar, das Trinken auch vor uns ist meistens etwas teurer, das ist auch, also, das ist halt so, okay, aber das ist egal vom, also es sollte nicht vom Geldbeutel abhängen, ob jemand gesund die Konten übersteht und genug trinken kann, gerade wenn er eine warme Brücke trägt und so weiter, aber ich glaube, das haben mittlerweile auch eigentlich fast alle Caterer auf den gängigen Conventions, die ich kenne, verstanden, aber wie gesagt, wenn das mal nicht der Fall war, dann liegt das wirklich, wirklich, wirklich in aller Regel nicht an der Convention, sondern eben an den Begebenheiten, an denen sie sich orientieren mussten und was ich dort den zweiten Punkt noch ganz gerne darauf hinweisen möchte, was ich unheimlich schätze, ist, dass tatsächlich die Anime-Cons untereinander alle sich gut verstehen, dass die Oras in aller Regel befreundet sind und es wirklich ein Miteinander ist, das ist ja im Event-Business auch nicht überall so, wo vielleicht viel Konkurrenzdenken herrscht, das ist aber im Anime-Con nicht der Fall, höchstens vielleicht ein, dass jeder versucht, die Bestbüche Con zu machen, was ja auch vollkommen okay ist, aber es gibt ein, vor allen Dingen ein Miteinander, viele Helfer sind in mehreren Cons am Helfen, viele Orgas sind sogar in mehreren Cons am Wuseln, also das ist wirklich ein tolles Miteinander, Szenenübergreifend und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ja, finde ich ein sehr gutes Wort zum Sonntag. Nee, aber man merkt es ja auch daran, wie wir jetzt hier über die Conventions sprechen, wir sind ja beide in Dokumentation, verstrickt du viel, viel mehr als ich, das ist ganz klar, ganz logisch, aber wir können hier ganz offen auch über andere Conventions reden und sagen, dass wir die toll finden, also das muss man ja auch erstmal so erreichen, diesen Punkt, beziehungsweise die Anime Conventions haben diesen Punkt, glaube ich, nie verlassen, aber viele andere Conventions, leider, leider, oder auch Veranstaltungen, das ist dann natürlich immer sehr schade, wo dann um Ehrengäste gebuhlt wird oder um irgendwelche Bands, die kommen und das ist dann schwierig. Es geht sogar so, dass man quasi eher darauf achtet, dass man halt eben schaut, also tatsächlich die Ehrengäste, die schon mal irgendwie da waren, wiedergeholt werden oder dass das eben unterschiedliche, dass man unterschiedliche Schwerpunkte hat und sowas, also dass sich die Szene eher ergänzt anstatt irgendwie, weiß ich, immer dasselbe nur zu sehen ist, finde ich, das müssen wir uns unbedingt erhalten, finde ich, ja und das, weil im Endeffekt gewinnen dadurch die Besucher und Convention gingen auch am meisten, weil sie einfach schön, ja, immer was Neues sehen können, immer was Neues erleben können und die Convention-Szene auch damit attraktiv und spannend bleibt. Das tut ja eigentlich an allen gut. Ey, ich merke, ich habe das ja auch an mir gemerkt, ne, ich meine, meine erste Convention war, glaube ich, die, also ziemlich sicher war es, die Animagic, es kann sein, dass ich schon mal irgendwie auf einer Doku mir rumgewuselt habe davor, aber dann auch eher so, weil ich es cool fand, aber nicht als Cosplayer dann, aber erste Cosplayer-Convention war Animagic, aber da kriegt man dann auch mit, wenn die schön ist, die Convention, dann guckst du dir auch die anderen an, aber wenn die shit ist, dann ist die Frage, okay, war es nur die eine, guckst du dir jetzt noch andere an oder denkst du, okay, die sind jetzt alle irgendwie ein bisschen cringe, brauche ich nicht oder so, ne, das, deshalb finde ich das auch sehr wichtig, dass die Cons untereinander gut funktionieren, sich ein bisschen abstimmen, schauen, dass die Schwerpunkte ein bisschen anders gesetzt werden, aber dass man wirklich überall ein wirklich gutes, rundes und schönes Erlebnis haben kann. Unbedingt, unbedingt. Tatsächlich gab es damals von dem ehemaligen Chefführer der Anime Expo, der hat mir damals einen Spruch gebracht, den ich einfach wirklich, dem mir im Herzen wirklich hängen geblieben ist, nämlich Erasing Tide raises all the ships, also eine steigende Flut, erhöht alle Boote sozusagen und das finde ich einen ganz wunderschönen Leitsatz dafür, dass quasi, ja, sich die Cons gegenseitig ergänzen und gegenseitig pushen können damit, indem sie einfach, ja, einen guten Job machen und mehr Leute halt dann gefallen für ihn auf Conventions zu gehen und das ist immer mehr der Fall, gerade wo das Thema Anime immer mehr im Mainstream mit ankommt, ja, sind Conventions halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo halt alle zusammenkommen können, die mit dem Thema es anfangen können, um es halt auszutauschen, was halt vielleicht im Alltag nicht immer noch nicht so gut geht, wie halt eben es auf der Con ging. Absolut. Dann würde ich nochmal die Frage in den Raum stellen, dann an welcher Con kann man uns dann als nächstes sehen? Wo gehst du als nächstes hin, lieber Fisky? Stimmt, als nächstes sogar, ich habe den Jappe-Tag ja noch gerade in den Knochen, im Positivsa aus und weiter, aber dass ich, die nächste Con ist für mich jetzt schon nächste Woche, auf der Fantasy Basel bin ich unterwegs, ich kann das erste Mal, ist so ein Mischung aus Comic-Con, Anime-Con glaube ich, also ich war noch nicht dort, werde aber tatsächlich unter anderem einen der Veranstalter treffen und ja, wollte es mir mal anschauen, normalerweise ist die Fantasy Basel immer relativ nah an der Dokumi gewesen, deshalb habe ich nie hinfahren konnte, jetzt ist es aber die Dokumi später und ich will es mir auch nicht mal anschauen, weil sie hat einen guten Ruf und ich mag die Schweiß generell sehr gerne, daher eine Basel der Veranstaltung herzuschauen, sehr, ja, freue ich mich drauf. Ansonsten danach Dokumi, was anderes gibt es für mich jetzt erstmal noch gar nicht mehr, weil einfach so viel Vorbereitung ist und danach wird es dann die Icon sein, ist dann die nächste Convention, auf der ich dann nach der Dokumi bin, ähm, ja, achso, und Animagics auch noch dazu, ja, genau, vor der Icon, sind ja, eine Woche, eine Woche, eine Woche, direkt, zack, 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 äh, Animagics, glaube ich, zwei Wochen, vor der Icon, ähm, ja, drei Wochen, glaube, gar nicht mal so viel, oder? Sag mal eben, wann die Icon ist, ich gucke mal, 12., August, und Animagicuste, oh wait, vierter bis sechster, vierter bis sechster, ach du herrje, ja gut, ähm, äh, das wird alles sehr stressig werden, oh ja, aber bei mir ist es tatsächlich, also die nächste wird Dukumi, nachdem ich den Japantag ja sehr episch verpasst habe, ich habe es, glaube ich, vorhin im Intro schon mal kurz, oder vor unserem Intro kurz gesagt, dass ich, äh, am Freitag, der war ja jetzt am Samstag der Japantag, ist mir aufgefallen, so, hey, es ist doch demnächst Japantag, ich habe das gegoogelt, weil ich hin wollte, ne, und sie so, oh, morgen, okay, ist nicht, hätten wir es machen können, oh schade, hätten wir uns wieder sehen können, damit wir wieder vergessen können, ist, dass du mich da schon gesehen hast, ah, ehrlich, ich weiß, wirklich häufig am Japantag, haben super viele Leute mal erlebt, aber, ich muss echt überlegen, wann wir uns da, in welchen Jahren wir uns dann fortgesehen haben, damn, damn, sehr früh, also, es war sehr früh, wo wir uns da das erste Mal gesehen haben, ich weiß, welcher weiß ich auch nicht mehr, da müsste ich auch, ein paar verschiedene, nochmal irgendwie, äh, näher befragen, zeigt, dass wir euch werden, hehehe, ähm, meine nächsten Cons werden dann tatsächlich, ja, wie gerade schon gesagt, die, äh, die Dokumi, dann exakt, wie du gesagt hast, Copy, Paste, Plan, Animagic, und Icon, und danach direkt von der Icon aus, fahre ich ja dann erstmal wieder in den Urlaub, hehehe, nice, wo geht's für dich hin? äh, diesmal Kroatien, oh, schick, mal sehen, ob ich, eigentlich wollte ich das auch als Roadtrip machen, ich wollte dann von, das muss ich, das muss ich noch kurz erzählen, ich werde einen Kollegen mit auf die Icon schleppen, oh, wo wir eigentlich von Bonn aus fahren wollten, na, Dubrovnik ist es dann tatsächlich, ähm, aber jetzt wurde uns das doch zu stressig, und ich hätte auf der Icon dann am Sonntag nicht sein können, sondern nur am Samstag, deshalb fliegen wir, ähm, äh, Montag, äh, aus von, äh, von Frankfurt, ist ja da in der Nähe, und das heißt aber, da ich von Bonn nicht wieder nach Hamburg hochfahre, sondern direkt nach Frankfurt und mein Auto da dann abstelle, dass ich den Kollegen jetzt heute mitnehme nach Bonn zur Icon, und er meint nicht bereit dafür sein, oh, oh, yeah, oh, yeah, er ist halt so, er ist halt super straight, ja, super straight, das wird interessant, aber der Icon ist super gay, herrlich, herrlich, also, und das wird mir gefühlt seine, na gut, er war einmal mit mir auf der, auf der Doku me, aber da auch noch, wo wir den, wo wir den Stand hatten, ähm, und seitdem auf keiner, also das wird ein richtiger Kulturschock, aber das wird Kulturschock, also, wer von euch welche Icon noch nicht kennt, wobei, glaube ich, hier im Chat, dass das tatsächlich viele tun, auch nicht zuhören, aber, ähm, Icon ist halt, A, A, Symptom-Convention, es ist B, klein und sehr familiär mit Übernachtung vor Ort und Lagerfeuer, buntem Lagerfeuer, es ist LGBT-Thematik, denn es ist speziell auch mit Fokus auf den LGBT-Anteil der Otaku-Szene, und eben als Boys Love und Ghost Love Topic ist eben auch vorhanden, das heißt, es ist schon ein, ein, ein spezieller Teil, auch noch für Anime-Conventions, deswegen ist es halt auch wirklich ein sehr wildes Kommen, ähm, vor allem, weil wir halt auch nur erwachsen da sind, ob man tatsächlich mal ein Bierchen trinken kann und sowas, es ist ein anderes Sphäre, als man uns von der Doku-Me oder, äh, von vielen anderen Conventions eben kennt, und daher, äh, schon wild, aber auch, glaube ich, irgendwie cool, ich hab so viel Spaß dran. sind mit Kunst-Sperma-Kanonen über die Convention gelaufen, okay? Okay? Mehr muss man nicht sagen. Es ist wild, aber es ist daher auch so, es gibt halt Dinge dort, die man bringen kann, die auf keine anderen Konvention gehen, weil es einfach klein, gemütlich, formuliert ist, man einfach, ähm, einfach richtig kürzend Kram bringen kann, der einfach, der einfach witzig ist, ne, immer ein bisschen, um mal wieder auf die, auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Das ist schön. Nein, nichtsdestotrotz, abgesehen von, äh, dass es wirklich wild ist, ist es eine sehr schöne, familiäre Convention, auf der man gut, äh, Freunde treffen kann, neue Freunde machen kann, oder kennenlernen kann, und auch, auf der man einfach super viel Spaß haben kann. Unglaublich. Und auch die einzige Convention, die mir bekannt ist, die wirklich am ersten Tag, also am Samstag, dann tatsächlich Open End ist, also nicht ganz Open End, aber wirklich sehr, sehr lange kann man da bleiben, sich noch draußen hinsetzen, äh, das Lagerfeuer genießen, noch irgendwie, äh, wenn der Grill noch auf ist, noch irgendwie in Gleichkeit essen, noch was trinken oder so, sich einfach nett unterhalten, ist einfach ein komplett anderes Feeling, es ist einfach, es ist genial, man muss es erlebt haben. Es ist basically Euro Camp für Conventions. Ne, Late Back Camp. Die, die Light Version davon, weil man kann sich denn ja statt, äh, dem Zelt und der Selbsternährung, kann man sich ja immer noch am Grill bedienen und beim Base Camp dann irgendwie da in diesen Wohnwagen sich einmieten oder in der Nähe halt ein Hotel nehmen, ist ja recht zentral. Mhm. Ähm, den Sachen hab ich auch tatsächlich vergessen gerade, denn im September geht's tatsächlich für mich auch wieder nach Japan, ähm, äh, Flug ist jetzt gebucht, ähm, und, ähm, da werden wir jetzt tatsächlich auch, äh, versuchen, Tokyo Game Show mitzunehmen, das war sie auch für mich das erste Mal, ähm, und klar, ist es eine Gaming-Veranstaltung, aber gut, halt in Japan, also ist es auch basic wahrscheinlich Anime-Con, naja, mehr oder weniger, und, ähm, daher, äh, das wird ja noch quasi noch, im Grunde sogar noch vor der, Moment, nein, nein, nach der, nach der, ähm, ich komm da so nicht nach, August ist vor dem September, ne, ja, pfft, ähm, also nach der, nach der, äh, selber kurz überlegen, ob du wirklich diese Frage gestellt hast, müssen wir uns noch mal das Kinderlied dazu hören, oder? Ja, ähm, äh, genau, stimmt, äh, das heißt, nach der, nach der Icon quasi, und wahrscheinlich auch noch Gamescom, wirst du dann eben die, den Japan-Trip geben, und da eben zu Tokyo Game Show, ähm, ich werde doch mal einige neue Conventions dieses Jahr mitnehmen, auf denen ich noch nicht gewesen bin, und das ist halt unter anderem Fantasy Basel, äh, Tokyo Game Show, und vermute ich auch noch gegen Ende des Jahres, ich glaube, dieses im Dezember oder November irgendwann, Salon del Manga in Barcelona, äh, weil ich auch da noch nie gewesen bin, äh, auch eine große Empfehlung, wenn ihr reisen mögt, ähm, schaut euch auch durchaus mal Conventions im, im näheren Ausland an, oder im weiteren Ausland, so Comic Cat oder, Anime Expo in Los Angeles, ähm, sind also zwei, zwei Kandidaten nicht, ich sehr empfehle, die aber auch beide sehr groß sind, ähm, denn ich habe auch echt durchaus Spaß, immer so die verschiedenen Otaku-Kulturen, in anderen Ländern irgendwie kennenzulernen, und so zu sehen, zum Beispiel in Los Angeles war es super relaxed, sehr, sehr kalifornisch, in Spanien, in Madrid war es immer komplett anders, so vom, äh, so eher ein bisschen günstiger alles, aber, aber auch irgendwie, auch irgendwie ganz anders, als ich so aus den deutschen Konzken kenne, äh, Schweiz, auch sehr schön, früher war ich auf der, ähm, ähm, wie ist es nochmal, Anime, ah, die haben die Manga Night mal gewesen, die quasi in einem, äh, Ferienort in Davos gewesen ist, wo das World Economic Forum stattfindet, aber halt, das ist ja im Winter, und die waren dann quasi im Sommer, das heißt, du warst halt wirklich mitten in den Schweizer Berge, auf der Anime Con, ein Traum, bin sehr traurig, dass es die nicht mehr gibt, ähm, ähm, die größte in Europa, die größte in Europa, ähm, ich muss gestehen, dass ich nicht ganz so der größte Fan davon bin, also ich hab riesen Respekt davor, denn es ist basically eine Gamescom für Anime in Japan, also es ist insane, von der Größe her, 350.000 Leute, also ähnlich wie in der, ähm, Anime Expo in Los Angeles, von halt eben in Paris, ähm, daher beeindruckend auf jeden Fall, und ich kann es nur empfehlen, sich das mal anzuschauen, für mich war es ein bisschen persönlich zu, zu unpersönlich, also wirklich Leute dort kennenzulernen, fand ich sehr schwierig, das war in der L.A. anders, auch eine Riesenveranstaltung, aber, Flair, war sehr, sehr warmherzig, und in Paris fand ich es eher sehr kühl, aber nicht desto trotz beeindruckend, weil, Riesenstände, na, wirklich wie in der Gamescom zum Teil, nur für Japan, japanische Präfekturen haben sich vor Ort, ähm, gezeigt, was wir seit, auf der Doku, wie seit Jahren versuchen hinzukriegen, aber, fairerweise in dem Ausmaß nicht geschafft haben bisher, also, Japan Expo ist auch in Japan tatsächlich ein, ein echt großer Name, und die machen auch vieles, vieles richtig, ich finde es halt nur vom Flair, nicht so spannend, ähm, wie zum Beispiel jetzt, andere Conventions, äh, die auch zum Teil kleiner sind. Also, du meinst noch quasi, dass, äh, in Los Angeles, haben sie es geschafft, auf der Anime Expo, heißt sie da, richtig? Mhm. Haben sie es geschafft, dass trotz um die 300.000 Besucher, es trotzdem immer noch dieses, äh, familiäre Feeling ist, wie jetzt hier bei uns, auf den Conventions, sage ich jetzt. Ganz genau. Und das war für mich, weil da habe ich auch so ein bisschen Bamm vor, dass das hier sich auch so in diese Commerz-Richtung entwickelt, natürlich noch überhaupt gar keine Anzeichen davon, aber es schwebt immer so ein bisschen, wie so ein Damoklesschwert über einem, man denkt immer dran, und da hoffe ich einfach, dass wir da die Kurve kriegen, und es sich dann so entwickelt, wie du es jetzt gerade hier von Los Angeles berichtet hast. Absolut, das war für mich ein echtes Aha-Erlebnis. Ich hatte nämlich immer Angst, dass wenn die Doku nicht zu groß wird, dass es dann automatisch wird, wie auf der Japan-Expo also eher kühl und sehr kommerziell wirkt und sowas, und sicherlich vielleicht für den einen oder anderen wirkt es auch schon irgendwie kommerziell, oder das mag ja sein, aber, ähm, es, äh, als ich dann, glaube ich, 2016, 2017 dann zum ersten Mal auf der Anime-Expo gewesen bin, war das wieder, wait, es ist dieselbe Größe wie die Japan-Expo, aber dieses Flair ist trotzdem da, dann schaffen wir das auch, und haben da halt auch einiges quasi herangesetzt, um das Flair schön zu halten, deswegen nutzen wir zum Beispiel sehr viel Teppich auf den Veranstaltungen, ähm, weil zum Beispiel auch in L.A. wirklich die, was der ganze Händeraum ist, der ist riesig, also wirklich gigantisch groß, komplett mit rotem Teppich versehen ist, was das sehr, sehr gemütlich gemacht hat, während zum Beispiel in L.A., äh, in Paris wenig Teppich verwendet wurde, und es hat dann die Hallen sehr, sehr kühl gemacht, ähm, war aber auf der Doku 2017 auch der Fall, da hatten wir noch keinen Teppich genutzt, die Hallen wirkten etwas trist, muss ich einfach zugeben, und als wir den Teppich genutzt haben, hat das einen riesen Unterschied gemacht, ähm, ja, also, äh, da geht sich ja schwierig weiter, ne, aber das mit dem Teppich, klingt absolut logisch, ich finde auch, dass der viel ausmacht, der hebt quasi nochmal dieses, dieses Hallenfeeling wieder so ein bisschen auf, weil du, du vergisst dann teilweise wirklich, dass du in der Messehalle sozusagen bist, nicht, dass da irgendwas Schlimmes ist, aber du fühlst dich dann doch mehr, ähm, ja, nicht zu Hause, aber mehr, ne, im Bekanntenkreis, wie auch immer, als wenn du es fühlen würdest, als wenn du dich, dieses Flughafenfeeling, würde ich jetzt mal sagen, damit ich sonst so eine Messehalle immer, genau, aber wie gesagt, ähm, möchte damit auch jetzt der, 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 äh, Japan Expo keinen Abbruch stellen, es ist sehr beeindruckend, und ich empfehle es mal, sich, äh, angeschaut zu haben, ähm, ja, also, kann ich da nur empfehlen, mal, äh, dieses eigenes Bild zu machen. Ich werde mir die unter, unter der Fahne Triple A irgendwann mal, äh, nochmal anschauen und, äh, meine Meinung dazu abgeben, wenn ich es mal schaffe. Wie Triple A Podcast World Tour. So nimmlich, so nimmlich. Starting now. Wow. Sehr großartig. Machen wir. Machen wir definitiv. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal die nächsten Reisepläne geplant, ähm, und ich freue mich auch einfach, dass die konstige Saison wieder angefangen hat, denn, hat jetzt spät gestartet mit der LBM, erst im April, okay, es gab mit sich auch zu sich nur noch ein paar kleinere Conventions, aber so der, eigentlich hat traditionell die LBM halt, der buchmeister, die Conventions hieß, immer so, wirklich, einberufen, ähm, und, äh, das ist jetzt dieses Jahr erst im April gewesen, weil die LBM später stattgefunden hat als sonst, ähm, und jetzt geht's richtig los, dann folgte, dann kurs auf den Japan-Tag, dann kommt jetzt Doku, mich steht den Start durch, und dann kommen wieder die ganzen Sommer-Conventions auf, ob Berlin, ob, äh, ob, äh, Erfurt oder, oder Hamburg und so, also, da kommt jetzt wieder richtig einiges auf, und, äh, ich bin super gespannt, wie sich das, von Menschen ja entwickeln wird, und seit der Doku-Komi kann ich schon sehen, die Leute haben wieder richtig Bock auf Cons, äh, mehr als jemals zuvor, ähm, 140.000 Leute erwarten wir dieses Jahr, das ist einfach schon, das ist undenkbar, das ist wirklich undenkbar, und, ähm, ich bin mir aber sicher, dass es bei den anderen Cons auch so einen, einen Aufwind aktuell gibt, denn wie gesagt, A rising tide raises all the ships. Sehr schön. Ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Zitat, verabschieben wir uns auch für diese Folge, es sei denn, wir haben noch eine Convention vergessen, die wir unbedingt noch erwähnen müssen. Wahrscheinlich ganz viele, ehrlich gesagt, Entschuldige mich ganz bei, an all den Convention-Kollegen, die wir es gerade vielleicht nicht erwähnt haben, mittlerweile gibt es ja noch sehr viele Conventions, ob klein, ob groß, und, ähm, fühlt euch bitte trotzdem appreciated, denn, also, gerade ich persönlich weiß, die Arbeit hinter jeder einzelne Con sehr zu schätzen, ich weiß, was ihr ackert, was für Herzblut ihr reinsteckt, ähm, ob vom lokalen Treffen bis hin zu einer Buchmesse oder Gamescom, glaubt mir, hinter den Kulissen arbeiten Leute, äh, ob ehrenamtlich, ob hauptamtlich, die wirklich mit Herzblut dabei sind, ähm, also, und fühlt euch an der Stelle einfach mal hier von uns als AAA-Podcast wirklich appreciated. Kann ich nur so unterstützen. Alles klar, dann, vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen, und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Jo, zur nächsten Folge von AAA. Bis dann, ciao. Ciao.